Hallo? Hallo? Funktioniert alles? Bei mir hat sich OBS zerlegt. Hab auf StreamStraat gedrückt und dann pop aus. So, dann gehen wir jetzt mal eben die Hand überraschen. Die hocken nämlich schon im Discord. ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, ja, ich brauch was zu trinken. Okay. Wieso höre ich mich? Oh, warum das? Wieso höre ich mich doppelt? Und hallo erstmal. Moment. Ich muss rausfinden, warum ich mich doppelt höre. Hallo? Oh, meine Fresse. Hallo? Hi. Ich hab was Dummes getan. Du hast den Stream gestartet. Ähm, was denn? Ja, das auch. Nein, ich hab was Dümmeres getan. Du hast das Haus so platziert, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Ja, hab ich gemerkt. Äh, dass ich... ...meinte ich auch nicht. ...gestackt war. Noch dümmer? Hm. Hm. Ich hab vielleicht eine Aussage getätigt, die ich jetzt im Nachhinein ziemlich bereue. Äh... Was denn? Ganz vielleicht. Ganz eventuell habe ich... ...die jetzt schon einen Puls von 180 hat... ...gesagt, dass ich bei 1000 Followern... ...ähm... ...mit Spati einen Phasmophobia-VR-Horror-Stream mache. Hahaha. Das finde ich gut. Hm. Ich nicht. Oh, warum denn nicht? Ach, ich weiß nicht. Wobei, wie viel bist du? Zum Glück noch ganz weit davon entfernt. Ganz weit. Leider Gottes wurde das ganz geklippt. Selbstverständlich. Ach. So muss das. Ja, ich bin aktuell noch... ...äh... ...434 Follower davon entfernt. Also das wird auf jeden Fall noch... ...ne ganze Weile dauern, bis das eintritt. Äh, ja. Auf jeden Fall Glück gehabt. Ja, aber ich kack mich jetzt schon ein. Hahaha. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Oh, ich kann das nicht. Hahaha. Ja. Oh mein Gott. Jetzt habe ich einfach die Hoffnung, dass dieser Fall niemals eintreten wird. Ja, so... ...was hat er geschrieben? Frauentag. Frauentag. Tage aus. Okay. Link, ähm... ...du kannst noch in andere Religionen übergehen. Was? Achso, er hat einen Link geschickt zu dem Clip. Ja, den kann ich mir später mal angucken. Auf jeden Fall. Hm. Äh, ich habe ein bisschen vorbereitet, falls du es noch nicht gesehen hattest. Ähm, nö ... ... außer den... ...meinst du den Link, den du mir geschickt hast? Äh, ja, die drei. Äh, in Info habe ich es reingehauen. Oh, nee, dann habe ich es noch nicht gesehen. Ah, okay. Aber du bist ein bisschen durchgedreht, habe ich gesehen. Was? Ich bin nicht durchgedreht. Wir haben hier schon ein Haus mit Tonbeschlag. Das ist kein Tonbeschlag. Das ist Kalkstein. Ja, dann Kalkstein. Wie viele Bewohner haben wir denn mittlerweile? Äh, nur einen mehr als, äh, als letztes Mal. Und warum ist das Haus da oben? Äh, das ist die Grabungsgrube. Graber, Gräber. Ah, okay. Steinsammler, wie auch immer. Ja. Ja, ha. Meine Güte, mein ist schon wieder nur am Rumheulen hier. Ich bin zu schwer, mir ist zu kalt. Ähm, kannst du mal kurz gucken, die beiden Häuser, die ich da hinten hin platziert habe, ob die so von der Positionierung für dich auch passen? Weil dann kann ich da schon mal das Steinfundament hinmachen. Äh, äh, Momento. Ach, verdammt. Ich leg hier durch die Gegend so. Welche Häuser? Hier hinten. Das hier? Ja, das einmal und das hier. Das ist auch noch ein normales Haus. Oh ja, das finde ich gut. Da könnte man hier vielleicht nochmal so ein... ...irgendwas einbringen. Ja, vielleicht Bänke und ein Lagerfeuer zum Beispiel, wo die drumherum sitzen können, wie das in den Dörfern so der Fall ist. Da setzen die sich dann abends nämlich tatsächlich auch hin. Ja, ja, als Beispiel zum Beispiel. Ne, finde ich gut. Äh, und hier hinten habe ich noch eine Küche. Aber da weiß ich auch noch nicht, ob wir die hier stehen lassen oder ob wir die lieber woanders hin machen, weil hier könnten wir auch eigentlich guten Weg nach da oben dann machen, ne? Genau deswegen hatte ich hier auch den Abstand gelassen. Hm. Ich habe mich nicht erschrocken. Was? Nein, hast du nicht? Nee, überhaupt nicht. Sag mal, hm? Gar nicht? Alter Schwede. Oh, sogar mit Zaun. Was? Ach so. Ja. Ich gucke Sachen an. Also für SC... Für SCG habe ich alles vorbereitet. Okay, perfekt. Dann verhaue ich hier noch eben meine Steine rein, stelle mich ins Haus und dann können wir mit SCG loslegen. Schön, perfekt. Genau jetzt ist mein Hammer kaputt gegangen. Sauber. Ach so, guck mal hier hinten in die Truhe. Ach so, ich habe hier noch eine Schmiede gebaut. Guck mal hier in die Truhe. Loll. Wir haben vielleicht ein paar Bronzebarren jetzt. So ein paar, sagt sie. Ja, so viele sind es noch nicht. Nice. Okay. Ich stehe warm und trocken. Also zumindest trocken. Warm wahrscheinlich nicht, aber... Äh... So, jetzt muss ich mal kurz in den Discord gucken. Info. Welchen von den drei Links soll ich anklicken? Oh, warte, irgendwas kann ich arbeiten. Das müssen wir zuerst regeln. Hier wird nicht gefaulenzt. Der Grabungsschupp... Der Grabung... Der Grabungsschuppen hat kein Werkzeug mehr. Wie, tja. Nix, tja. Die sollen arbeiten. Da wird jetzt erstmal was Neues hergestellt. So, nochmal welchen der drei Links soll ich nehmen? Anklicken. Wie auch immer. Eine was? Ich weiß noch nicht, ob das bei mir funktioniert, wegen meinen ganzen anderen Quellen. Aber ich werde das ausprobieren. Eine Sekunde. Weil ich habe eine extra Quelle. Eine Szene, wo meine Facecam halt drin ist. Und, äh... Ah, okay. Oh, voilà. Nein. Oh. Ihr müsst jetzt mal kurz da mit Vorlieb nehmen. Äh, so, was muss ich jetzt tun, damit das eine virtuelle Kamera ist, dann? Äh, rechts daneben ist ein Zahnrad. Ja. Da klickst du drauf. Warte, wo rechts daneben? Neben dem Punkt. Das Zahnrad kann ich nicht. Virtuelle Kamera. Achso. Hö. Und dann kannst du Ausgabe-Typ und dann kannst du auswählen, was du nehmen möchtest. Warte, 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 warte. In OBS. In OBS, genau. Wo habe ich denn hier virtuelle Kamera stehen? Bin ich blöd? Hast du nicht die ganzen Knöpfe, womit du Stream, Start, Aufnahme und, und, und? Und wo Einstellungen steht? Ach, da. Ja. Und da gibt's einen Punkt, der heißt virtuelle Kamera. Ja. Da rechts daneben ist ein Zahnrad. Ja. Da klickst du drauf. Und dann muss ich wahrscheinlich noch, äh, Quelle und dann Facecam. Ja, oder die Szene, wenn du das in der Szene abgespeichert hast. Ja, ich hab das in der Szene abgespeichert. Genau. Äh. Szene. Quelle. Ach, Quatsch. Ja, genau. Szene, Quelle. Ich bin da, ja. Facecam. Okay. So, und dann auf den zweiten Link von Ninja, ne? Nee, auf dem ersten. Okay. Ich hab natürlich absolut zugehört und wusste das. Ja. Und dann kannst du so... Was ist denn das Passwort? Ach, verdammt. Äh, Moment. Ja. Join room with camera. Camera, banana. Äh, ja. Ja, das möchte ich gerne erlauben. Dann... OBS Virtual Camera, banana. Äh... Äh, Audio kann ich ausmachen, oder? Ja, würd ich auch. Ich würd's auch muten, weil sonst hörst du dich da die ganze Zeit. Äh, ich kann das nicht... Kann das nicht muten. Ach so. Aber ich kann einfach irgendein... Warte, ich weiß, ich wähle einfach einen anderen Lautsprecher aus, der ausgeschaltet ist. Ja, aber wenn du... Ja, aber wenn du... Bist du der... Muss ich nur gucken. Ich glaub, das hier ist es. So. Jetzt sollte ich nichts hören können. Ja, ich bin drin. Oh. Ähm... Hm? Kannst du deine... Nur deine Facecam auswählen? Sekunde. Ah. Hi. Okay. So. Oh, die ist falsch rum. Das fühlt sich wieder komisch an. Guck mal, ich hab übrigens die Augen auf dem... Oh, wie geil. Ja, äh... Das ist richtig gut, oder? Ja, und wenn du jetzt bei mir in den Stream reinguckst... Äh, Sekunde. Stream. Äh, warte. Warte. Ich muss eben hier auf... Multitwitch. Okay. Oh ja, mega gut. Genau, und jetzt, äh, der... Moment. Zweite Link, den ich dir geschickt hab, den kannst du als Browser-Quelle einfach einbinden. Dann hättest du auch meine Webcam. Das wird sofort erledigt. Eine Sekunde. Hinzufügen. Bowser-Quelle. Bowser-Quelle vor allem. Ja. Bowser-Quelle. Es heißt nur Bowser-Quelle. Okay. So, der zweite Link. Äh, Link kopieren. Nein, ich möchte gerne das alte löschen. Okay. Okay. Zieht es einfach so zurecht. Okay, perfekt. Jetzt brauche ich nur noch das Watch Together. Seite besuchen. Raum beitreten. Und... Warte. Eigenschaften. The full screen. So, das sollte geklappt haben. So, wie war das jetzt mit Fullscreen? Äh... Da, fullscreen. Auf das Zahnrad, äh, genau. So, jetzt muss ich nur noch eben die Qualität mal eben hochstellen, weil, äh... Ja. Sonst sieht super aus. Ja, sollte... Ja, warte, ich muss noch eben meine Stream-Informationen umstellen. Oh, auf was stellst du die? Just Chatting. Oh, so. So. I am Readi. You are a Readi. Yes. Was hast du versucht? Hä? Oh, ich hab mir nicht gepostet. Was hast du versucht? Hehehe. Ich mein offensichtlich nicht, aber... Ja. Ähm... Ja, dann gucken wir jetzt hier den Krams hier von Twitch-Clips. Äh, nee, Stream-Clips. Sorry. Das wird super. Äh, also... Das wird super duper. Oh, warte mal kurz. Äh, wo wirst du denn Once Human zocken? Auf dem PvP oder PvE-Server? Ich denke, wir werden auf dem PvE-Server gehen, oder? Was? PvP? Ich weiß nicht. Ja, es wird ein PvE-Server werden. Okay, ich bin bright. Äh, ich bin auch bright. Ähm, ja, also... Twitch-Clips Germany, Folge 263, Loser Simulator. Das sind die besten Momente der Woche. Es heißt Loser Simulator. Da bin ich Loser. Hä? Da steht Loser. Es heißt Loser. Ja, es sollte aber Loser sein. Ah, okay. Ja, äh... Herzlich willkommen zu SEG. Genieß die Folge. Einmal von mir und mir. Und... dann war's das ja komplett. Ist das dumm. Ist das dumm. Nun? Ah, so, ready. Set. Auf so'n Spiel hätt' ich... So was von kein Bock. Nee, das wär viel zu anstrengend. Ach so, Moment. Natürlich auch ne Überlegung ist, wenn man irgendwo hard stuck ist, ist... Oh, ich glaub, da hat jemand grad ne gute... Das passiert, wenn man hard stuck ist. Ist da einer im Gebüsch, der an sich rumspielt? Ich glaube schon. Nee, eine muss jetzt hier, glaub ich, irgendwo hin. Ich nehm mir grad mal Zeit meiner Brüste... Äh, Bürste! Bürste sauber! Schock's einmal! Ich glaub, es hackt. Das zerstört Freundschaften. Ja, ich glaub auch, ne? Eins. Zwei. Und der nächste ist der Catch. Easy. Ich geh schon mal die Kiste looten. Was denkste, wie hat Holz in der Zeit geklappt, seitdem wir hier unterregt sind? Es ist so unklaublich Oh mein Gott. Oh Gott, es dreht sich alles! Oh Gottes, ich bin Spiderman! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Spiel wäre die Hölle. Ja, das könnte ich, ich glaube. Ich glaube, ich würde jeden hassen, der das mitgespielt. Das wäre nicht gut. Oh Gott, dieser Filter. Hega! Folter-Finish! Findest du den genauso furchtbar wie ich? Ja. Ganz starken Puls. Oh ja, oh, true! Schlag mir die Sahne! Magatrine? Polyester? Naso-Marga? Und Peitschen-Polly? Bestien der Bestrafung? What? Wenn die Augen noch größer werden, fallen sie mir raus! Alter Schwede! Wo findet man solche Spiele? Wo bist du denn? Weiß ich nicht. Du bist ein kleiner Knilch! Du bist ein kleiner Knilch! Und dich nenne ich... Crystal Matt! Du bist ein kleiner Knilch! Was ist das? Du bist ein kleiner Knilch! Du bist ein kleiner Knilch! Nein, das ist heute drei Wochen geworden, Dennis. Sie haben ein Geschenk erhalten? Loser Simulator? In dem Game sehe ich dich von Weißwein. Wie random. Das macht doch nur damit sein geltendes Spiel oder? Ja, den habe ich bewertet. Das ist ja eine geile Animation. Unter dem Clip ist das nicht zensiert. Können wir den? Ja, ich würde den gerne mitnehmen. Ah. Ist ein bisschen unsicher, was Höhen angeht. Trotzdem willst du hoch, ne? Ist das wieder so typisch Katze? Sprich die einfach gegen die Hand. Meinst du, wir kommen ja wieder heil runter? Ja, ich bin schon getestet. Ich habe Angst. Ich würde die Leiter das nächste Mal nehmen. Aua. Ah, schön. So, 3,8 sind down. Ah, schön. Oh, äh. Hihaaa. Zeit für Clips. Wir haben Back gefunden. Den habe ich auch gewertet. Ich glaube, das soll nicht so, oder? Ne. Ne, den hatte ich tatsächlich nicht bei den Bewertungen mit drin. Ah, da muss ich sagen, da stehen deine Chancen sehr hoch. Ihr müsst die weißen Seelen rufen. Die weißen Dinger da wegmachen. Was? Wo stehen meine Chancen sehr hoch? Sonst bin ich jetzt raus. Ne, wenn der drin ist. Mike ist doch von... Die Kiste für mich, die ist jetzt für dich, ja. Wenn jetzt Gold kommt, rast ich aus. Nein! Anscheinend war das gut. Ich wollte gerade fragen, war das jetzt gut oder nicht? Kurze Information. So musst du deinen Flur dekorieren, wenn du Leiser Grimm ins Bett kriegen willst. Das fand ich so gut. Und dann machst du das Licht aus. Äh, da nicht rein. Das kannst du wieder abmontieren. Ne, kann ich nicht. Das ist das Problem an der Sache. Kann das nicht wieder abmontieren. Das ist da... Was hat sie getan und was ist das und was sollte das sein? Oder werden? Ja, das hat sich so, wie ich dich dann getroffen habe. Keine Ahnung. Tunger und mein Sack liegt falsch. Was? Bitte was? Ich klem mir die ganze Zeit den Sack beim Fahren hier, Junge. Things I can't relate to. So, wisst du, was passiert ist? Sie ist passiert. Wisst ihr, was sie gemacht hat? Ich komm zu mir ins Zimmer rein und sehe, wie sie auf meinem Bett sitzt. Und diese Wurst in alle Richtungen auf dem Bett verteilt, während sie genüsslich in dieses fette Teil reinbeißt. Und einfach diese schimmelige Wurst quer durch mein Bett zieht. Ich dachte der Rede von einer Kackwurst. Ich wollte gerade fragen, der redet doch gerade von einer Kackwurst, oder? Nein, nein, ich glaube er redet nicht von einer... Aber... Hä, aber wer hat denn bitte eine schimmelige Wurst? Und vor allem in seinem Schlafzimmer, deswegen gehe ich eher davon aus... Na, ich denke mal, dass die Katze das da hingetragen hat, aber... Ja, ich gehe eher davon aus, dass sie ins Bett gekackt hat und dann durch die Gegend gezogen hat. Höh? Mhm. Wäre auf jeden Fall lustiger. Nein! 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 Ah! 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 Er hat mich gefrankt! La Magra hat gesagt, in Deutsch würde das echt komisch sich anhören. Kolbenkapp. Ah, dirty minds! Gibt's eine deutsche Pornoparodie? Hallo! 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 Boah, Chet, könnt ihr sie hören? Also ich irgendwie nicht. Also irgendwie... Sie hört mich wirklich nicht. Ich dachte, sie sagt einfach nur Spaß wie ich. Hallo! Irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig. Ich dachte, sie hört mich! Aber sie leuchtet grün, oder? So fühle ich mich jedes Mal, wenn ich mit meiner Freundin telefoniere und der Empfang auf einmal weg ist. Hallo, mein Auto sieht jetzt unangenehm. Ich weiß nicht, ob ihr bereit seid für Captain Siebauge. Dr. Siebauge, der entgegen... Alter, es kommt, du bist auch einfach... Also, ne. Passt auf jeden Fall. Ah! Ja. Kleiner! Aus, Alter! Ah! Au! Oskar macht auch immer die Käsereibe, ich darf nicht. Ja, vielleicht auch zu fragen, dass ich meine Nägel mit reibe. Und ich sag nicht, ich würd's... Also, das Ding ist, wenn ich meine Nägel reiben würde, würde ich's ihm halt nicht erzählen. Das ist schon passiert. Ich darf's nicht erzählen. Ist das eh gelaufen? Dann ist der Käse besonders crunchy, euch. Ma... Warte mal. Macht er das? Wenn du irgendwas das erste Mal machst... Was? Hat er jetzt so geguckt, weil er Angst um ihre Finger hat? Oder weil er das supereklig fand? Ich glaub, eher supereklig. Also, ich würd's auch eklig finden. Ja, ich würd's auch supereklig finden. Okay, weiter geht's. Okay. Dass du das immer gerne falsch machst. Dein Erdballkuchen, der erste, war auch nicht ganz richtig. Ja. Aber der war trotzdem lecker. Gut, dass ich das erste Mal nicht die gebumst hab, sondern jemand anders. Was? Ja. Was ist das Scheiße? Wie gesagt, das sagt Jackys Papa immer, wenn unser Hund bei denen im Wohnzimmer furzt. Weil das stinkt auch ziemlich eklig. Und dann sagt er ja, da musst du einfach nur schneller atmen, damit der Gestank dann weggeht. Mhm. Damit die ganzen Kacke-Partikel in die Lunge gehen. Im Schwecker. Das ist wirklich wahre Liebe, ne? Wenn du dir wirklich als dein... Als Ehepartner oder als Partner so denkst, so... Den schnüffel ich jetzt weg, damit der nicht selber riechen muss. Oh Gott. Langsam bisschen hungern. Ich bin offenbar mal fast auf eine überdimensionierte Ratte getreten. Alter, war die fett. Nicht sie. Hahahaha. 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 Oh, wie random. Komm hier auf meine Hand. Auf meine Hand. Auf meine Hand. Auf meine Handfläche. Sag mal, was ist denn los mit dir Ventus? Nein, nicht die Fingerspitzen. Auf meine Hand. Da. Ihr seht das? Seht ihr das? Da. Da liegt das Leckerli. Aber er hat keinen Bock auf das Leckerli. Nee, er will nur den Staub. Okay. Ich glaub mein Chat hängt. Die letzte Nachricht, die ich im Chat habe, ist Hallo Lisa. Hat seitdem wieder einer was reingeschrieben? Ich seh nicht. Oh Mann. Das war gut. Sag ich, ich stech hier jetzt einfach mit dem... Mit dem... Ist ja. Ja, dein Vorbild. ...Stift rein. Ey. So. Jetzt hab ich hier ein Loch. Nee, nee. Das ist... Oh nein. Oh mein Gott. Was ist das? Dieser Stift ist ein Monster. Was soll das? Was soll das? Es wundert sich, weil sie dann noch ein Sticht, ne? Erreiche die Finishlein. Vor allem, ich kriege sie das jetzt wieder von ihren Fingern ab, ohne das Auto zu versauen. Ich wollt grad sagen, fahr damit jetzt mal Auto. Schön alles am Griff dran, dann fängst du wieder an zu schwitzen und hast dann blaue Hände bei der... Mh. 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 Warte. Nochmal von vorne. Wie gemein. Oh. Erreiche die Finishlein. Das werde ich ja wohl noch hinkriegen. Baby, gemein. First try. Mhm. Da ist er ja schon wieder. Nee, ich hätte Schere gehabt. Oh, wow. Ich mach's jetzt einfach, okay? Steady. Steady. In silly fire. In silly fire. Oh Gott, ist das peinlich. Aber es juckt halt fast keinen da, ne? Wie geht das? Fast keiner dreht sich wirklich um. Oh mein Gott. Und Ben denn nur so ganz kurz? Ich hab einem in die Augen geschaut. Woher kommt das? Okay, es ist wirklich peinlich. Ich hab keine Ahnung. Ist jetzt aus? Warte. Warte. Ich hab ja ein bisschen... Ist noch an. Ja. Sie war nicht noch? Ja, Moment, wenn der Stream nicht ausgeht. Hey, wieso? Und er geniebt. Ne, der Tür läuft weiter. Warum läuft der weiter? Geh doch aus. Geh doch aus. Geh doch aus. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich sag, ich hab ja nicht aus. Geh doch aus. Geh doch aus. Das hat sie noch nicht. Hat der grad gefragt, haben die dir grad beim Pinkeln zugeschaut? Hä? Nee, ich glaub nicht, oder? Mach nochmal zurück. Warte. Was? Ich hab nur den Hintergrund geschaut. Weiß ich nicht. Ah, nur den Hintergrund geschaut. Ich sag, ich hab ja nicht aus. Geh doch aus. Warum geht die Äpfel nicht aus? Ich, ich kann das nicht. Wo, wo? Und, äh, die Leute immer, wo gibt's das, wo gibt's das, wo gibt's das? Aber. Jetzt gibt's erstmal Tastatur unter Wasser. Stream läuft. Hast du so deinen Kaffee hantiert? Was? Was? Warte ich nicht hören! Ah, ja, so und etwa sah das aus. Aber ernsthaft, ne? Äh, ich hab mein Trinken bis auf Kaffee, wenn ich welchen hab. Der steht unten, das steht unten auf dem Fußboden. Wer stellt denn das gerade vor sich hin? Ja, warte, ich, ich demonstriere. Ich, ich mach mal kurz die Facecam runter, dann kann ich euch zeigen, wie das aussah. Der Kaffee stand da. Ich hatte meine Hand hier und hab den gemacht. Also quasi genau wie er gerade und hab dann halt so und dann war halt doof. Oh man. Ja, bei mir steht der Kaffee hinter der Tastatur. Ja, jetzt steht mein Kaffee auch da. Wohlwissend. Weit genug weg. Ja, macht Sinn. Ja. Das fühle ich ein bisschen zu hart. So. Alles doch, das ist gut. Kann man das sehen? Ich glaube nicht, ne? Nee, das kann man nicht sehen. Nee, kann man nicht sehen. Boah, ich hab immer ein Gänsehaut. Ich hab immer ein Gänsehaut. Das gibt immer so Singclips ja voll oft so, dass ich da ultra schnell Gänsehaut kriege, ne? Ich bei alles, was Gaming ist. Also, Gaming-Soundtracks. Ach so. Aber die kann echt mega geil singen. Ja, ne? Ja, ne? Diese Stimme einfach. Junge, Junge. Ja. Ja, dafür, ich glaub, die hat zu viel mit ihrer Kacklache gelacht und damit die Stimme kaputt gemacht. Lohnt sich dafür. Hm. Das ist auf der Doku-Bi? Äh, ja, oder Twitchcon. Oh. Ja. Die war ja jetzt auch vor kurzem. Ja, die war gleichzeitig, oder nicht? Ja, ich mein auch. Bei diesem, bei diesem Ding, dieses Reflexe-Spiel, weißt du? Die sind so Reflexe, so, da fällt jetzt runter. Hier ist dieser Hammer. Und... Habt ihr Züge geklaut? Habt ihr Züge geklaut? Habt ihr Züge geklaut? Imagine, das passiert hier wirklich. Ich werde sehr rücksichtsvoll mit euch umgehen. Nein! Wow. Was war das denn? Titus hat Glück gemacht. Was war das denn für ein Move? Nein! Nota, als ob du das genau in dem Moment machst, kurz bevor du tot bist. Wehe, ich sterbe dabei. Weil ich, ähm, hatte halt mal starke Depressionen, also richtig, richtig übel. Äh, und ich war zu Mama halt so, Mama, ich würde gerne in Therapie gehen, bla bla bla. Und sie hat sich dann halt übelst mit mir darüber gestritten, dass halt einfach nur mein Chakra blockiert ist. Und dass ich einfach nur mal meine Chakras öffnen muss. Und dann bin ich nicht mehr depressiv. Und, äh, als Beweis, ja, so als, ähm, als Endpunkt der Diskussion schickt die mir dann, nachdem ich so wütend auf mein Zimmer gegangen bin und so ins Kissen geheult habe, krieg ich auf einmal eine WhatsApp-Nachricht von so einem Facebook-Link, von einem Clip von Avatar The Last Airbender, wo eben die Chakras erklärt werden. Und kein Scheiß, das war für Mama so der wissenschaftliche Beweis. Ja, wissenschaftliche Quelle. Das kannst du doch keinem erzählen. Also, kein Wunder, dass die so ein bisschen durchgeknallt ist. Ja, irgendwo muss es ja herkommen, ne? Äh, so mag vielleicht nicht an den Eltern. Oh Gott, die gucken Jules. Okay. Was ist ein Jules? Und Jules ist einer der lustigsten deutschen YouTuber. So. Der macht sehr lustige Videos. Also, falls du einen ganzen Tag lang nur auf irgendwas reacten willst, musst du dir Jules angucken. Okay. Da geht's zum Beispiel... Ist Jules der oben rechts? Nee. Oder in der Mitte? Äh, das ist das Video. Ach so, okay, I see. Also, das ist, äh, hier, wie heißt das, äh, Dr. Freud. Ach so, okay. Oh Gott, ich kenn die alle nicht. Doch den ganz unten, den kenn ich. Ja. Also, äh, guck dir Jules an. Kannst du mit deiner Freundin gucken? Alter, ihr werdet euch wegschmeißen vor Lachen. Äh, guck die Emo-Kriege. Also, Emus, die Straußenvögel-Dinger. Ja, 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 ja. Ja, ich hab, ich dachte mir, dass du nicht den Emo meinst. Und dir gibt's wahrscheinlich auch die Kriege. Wahrscheinlich schon. Übrigens, eine der wenigen deutschen Traditionen und, äh, vor allem auch, äh, wie sagt man denn, äh, Trachten et cetera, die nicht von den Nazis verbannt und, äh, aus der Geschichte Deutschlands beseitigt wurde. Was sehr schade ist, äh, da können wir uns noch mal ... Was? Was sehr schade ist, dass das heute ... Nee, weißt du, wie viele Traditionen und Trachten es in Deutschland gab? Ach so, was du original gesagt hast, ist, das wurde nicht von den Nazis verbannt. Was sehr schade ist, aber da können wir uns noch mal drüber ... Das war dein Satz, Alter. I'm sorry, das war nicht so gemein. Ja, das war nicht so gemein. Uff. Das war auch das erste, was ... Ich werd dich aufhalten. Was ich verstanden hab. Nein. Kannst du's wagen. Bro. He don't give a shit about you. Bro, wir müssen laut Skript kämpfen jetzt. Hey. Hey. Nice. Let's go. Okay. Sekunde. Das war Notwehr, hätt's gesehen. Das war ganz klar Notwehr. Auf jeden Fall. Er wurde gegrompt. Napoleon hat doch ... ... Amerika gefunden, oder? Oh, ja so, bitte nicht. Hä, nicht? Nein, nein. Wer denn sonst? Napoleon war Franzose. Ja. Kolumbus, ne? Ach so, Kolumbus heißt der ... Der hat Südamerika irgendwie entdeckt, oder so. Aber Napoleon, ja gut. Der hat gar keinen Bock mehr. Ah, genau. Was gab's, wenn wir wieder ein paar hier reinkommen? In drei Stunden. Also um ... 1, 2, 3 ... Um 17 Uhr. Nee, hä? Stopp. Rain not braining. Alter. Um 19 Uhr. Wie hat sie denn jetzt so gezählt? Wisst ihr, ihr müsst euch ja auch übrigens ... Also, wenn ihr Dead by Daynet anfängt ... Es gibt schon auch so einen Anfängerschutz, dass ihr halt einfach einfachere Killer am Anfang bekommt. Ah. Und ich merke das gerade sehr ... ... den Dobby, dass der Killer ... Also, er ist jetzt auch noch nicht auf einem ... ... super erfahrenen Niveau, er spielt aber trotzdem gut. Hast du gerade den geflamed, weil er scheiße spielt, Cardi? Nein! Ich hab das voll positiv formuliert. Cardi hat den geflamed, weil der scheiße spielt. Cardis bessere Killer gewinnt. Oh Gott. Wow. Ich hab mich so bemüht, dass jetzt so richtig diplomatisch auszudrücken gut geklappt. Sorry, das war voll gemeint von mir. Endlich geht's nach vorne. Schwarz-rot. Hm? Sag mir, dass er scheiße ist, ohne mir zu sagen, dass er scheiße ist. Ja. Auf jeden Fall. Creepy ist auch immer super, der hat ganz verstörende Clips. Oh ja. Gold. Das sind unsere Farben der Wache. Ha! 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 Oha! Nein! Was? Nein! Was? 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 Ich war doch durch! Sucht mir raus, wer das Spiel gemacht hat und ich werde mit seiner Mutter schlafen, um ihr einen Sohn zu schenken, den sie lieben kann! Ha! 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 Oh. Das war eindeutig. Oh, Mutter. Hm. Ihr glaubt mir das nicht. Okay, das wusste ich wirklich nicht. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Das glaubt mir niemand. Nein. Nein, tut es keiner. Nein! The time is here. The chat knows everything better. But I, I just went in, I took my sword and I beat her. Das ganze Spiel ist super böse. Oh, ein Schwein in der freien Wildbahn. Pam. Das wurde ebenfalls gekrumpft. Ich wusste nicht, dass es gleich wie Pudding zusammenbricht. Ups. 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 Fehlende Textur. Bei 69.000. Was? Die ganzen Ruden sind weg. Ja, weil ich eben schon hier eine Fruchtfliege auf dem Rand von meinem Dippteller hier wegscheuchen musste. Aber gut, dass du es sagst, weil ich habe hier auch eine Fliege, eine Fruchtfliege. Seit Anfang des Streams lenkt die mich ab. Und seit ich die Chips nur losnehme und nichts esse, ist sie verschwunden. Da ist eine Heavy Metal Door. Ups. Wie alt ist denn Milchbaum? Ich sollte das wissen, aber ich weiß es nicht. Wie alt ist sie denn? Wenn ich schätzen müsste, ich hätte jetzt so gesagt so 35 oder so. Steckbrief. Oh. Nicht ganz. Ne. Ganz leicht daneben. So, mein Kleiderschrank besteht zu 90% Noa aus schwarzen Klamotten. Ja, meiner auch. Warum sollte ich jetzt F drücken? Kunde! Tobi! Mit meiner Partnerin, das ist die beste und schönste Begründung dafür. Das finde ich groß. Ich darf nicht laut sein. Ich hatte mal so einen Kaugummi-Automaten, aber für zuhause halt so einen kleinen, den ich immer selber auffüllen konnte. War eigentlich so eine Spardose, aber ich habe immer ein Kaugummi rausbekommen. Aber ich musste auch wieder Geld investieren, um den wieder mit Kaugummis aufzufüllen. Und im Endeffekt habe ich am Ende nur versucht, den irgendwie auszutricksen, um an die Kaugummis zu kommen, die ich eh selber gekauft habe, um zum Sparen sie in meinen Automaten zu füllen. Hat nicht so gut funktioniert mit dem Sparen. Aha. Warte mal kurz. Oh. Neue Spiel. Hallo, YouTube. ! So, da bin ich wieder. Oh, fast eingeschlafen. Ähm, hi. Entschuldigung. Hi. Das sieht aus wie ein neues Spiel. Travernmanager-Simulator. Ähm, du musst mal eben kurz warten. Oh, ich kann nicht schreiben. Travern-Magazin. Jo. Ähm. Jetzt können wir weitermachen. Hubna! Hast du auf Play gedrückt? Ja, jetzt schon. Äh, deine Kamera bei Ja, weil da ist Kronk sonst weg. Ach so. Ja, ich verschiebe hier immer einzeln die Camps. Äh, ja, nee. Zu viel Aufwand. Dann bleibt er jetzt verdeckt. So, äh, du kannst Play drücken, wenn du willst. Hast du Play gedrückt? Ja, ich drücke die ganze Zeit auf Play. Oh. Na, wie sieht's aus? Ähm, wir spielen gerade mal die Demo von, äh, Tavernmanager-Simulator. Und ich teste immer noch meine Aufnahme aus den Streams in 4K ohne Overlays. Sag mal. Warte mal, ist das das falsche Spiel? Hab ich das falsche Spiel? Ich hab das falsche Spiel gestartet. Ja. Tschüss, YouTube. Ich hab rot. Ich warte noch ein bisschen, bis es nicht mehr rot ist. Der hat dann angefangen, Traveler's Rest zu spielen und rat mal, wie ich auf diesem Spiel hängen geblieben bin. Und wegen wem. I see. Mhm. Das passiert bei vielen Spielen von dem. Ich glaub, 80 oder 90 Prozent der Spiele, die ich besitze, sind nur wegen ihm. Ja. Mhm. Ja, und sonst so, Chad, ist bei euch das Wetter gut? Er hat mein Licht ausgemacht. Junge, wer ist... Was war das denn? Oh, shit. Und was machst du so im Internet? Womit verdienst du dein Geld? Nein. Verstehe. Ich bin Bruna. Und ich gebe zu, ich bin süß und ich bin small. Und... Und ich bin ziemlich schlau und ich bin ziemlich cool. Und normalerweise würde ich das nie sagen. Aber heute gebe ich es zu, weil man muss auch mal die Wahrheit sagen. Ey. Wir sind nicht mehr weit vom Himmel. Es ist mega schön. Hier, äh, Secret hinterm Wasser. Oh ja, den hab ich, glaub ich, auch bewertet. Ja. Oh, okay. Der maggell an Textur. Aber geil auch, wie man jedes Level so sehen kann. Guck mal, ihr liegt ne Flashbang oder sowas auf dem Boden. Seht ihr das? Oh. Das würde ich auch so machen. Hm. Sag mal, ist Leisers Brille eigentlich größer als sie selbst? Ja, ne? Ähm. Also, ich glaube, mit Leisers Brille kann man Windows erfinden. Windows 3.1. Ich habe das Gefühl, sie will Microsoft übernehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist, äh, puh. Oder, wenn man möchte, kann man auch auf jedem Brillenglas, äh, was Leckeres zu essen servieren. Einfach so, keiner hat ein paar Hähnchenschenkel mit Pommes oder irgendwie sowas. Geht alles. Hier geht's wirklich noch ein bisschen weiter. Auch ne Gummizelle, das heißt, da kann ich auch nicht lauschen. Geh mal einfach rein. Was soll schon passieren? Lydia hat es nicht geschafft. Mensch, Leidert ist Urlaub, das ist ja schön. Nein, stopp jetzt. Schluss. Danke euch. Tschüss. Danke euch. Schönen Abend. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Nun. Ich höre Dinge wieder. Was? Ich sagte, ich höre Dinge wieder. Das war gerade ziemlich laut. Ach so. So, jetzt machen wir das aus und das aus und das weg und gehen wieder hier rein und dann funktioniert das hier alles hoffentlich. Ja. Ein Traum. Schön. Ja. Nun. Ich lebe noch. Bist du nicht zurückgesetzt worden? Nein. Ach so. Weil du so random in einem Busch gestartet bist. Ach so, ja, ich stand da oben vor der Hütte. Ah. Da hatte ich mich ausgelockt. Oh ja, wir haben... Ja. Warte mal. Doch. Wir haben Sommer. Oh, wir können unsere Felder abernten. Also es ist... Ich brauche eine Steinsichel. Was? 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 Wie viele Tage sind da... Dinge geschehen. Äh... Seitdem... Also... Wo du jetzt nicht dabei warst oder während wir ausgelockt waren? Also während wir hier nur rumstanden. Beides? Äh... Also während wir rumstanden ist nicht ein Tag vergangen, weil wir gerade erst Anfang Sommer haben. Ah, okay. Aber... Ähm... Seit du... Also da vielleicht ein paar Tage? Äh... Ja, das ist klar. Kann ich hier eine Steinsichel herstellen? Kann ich selbstverständlich nicht. Warum denn auch? Das wäre ja auch zu schön. Schön. Er fordert Sense. Ich glaube, es gibt keine Steinsense. Doch, gibt es. Ja? Okay. Ja. Aber... Die geht sehr, sehr schnell kaputt. Ich werde mehrere davon brauchen. Hm. Oh, wir haben einen Baum. Baum. Ach so, Baum. Ja. Baum. Aber durch die neue Jahreszeit müssten doch neue Ruinen entstanden sein, oder nicht? Ähm... Ich glaube, das funktioniert so nicht. Oh. Hallo, Theobold. Hallo, einfaches... Wie heißt die? Slavobora? Slavobora, ja. Slavobora. Slavobora. Ja. Also, ich kann auf jeden Fall... Den Namen kannst du auch nur lustig aussprechen, wenn du betrunken bist. Slavobora. Ähm... Nein, ja, ja. Äh, was wollte ich? Ach. Also, einige Clips, die ich bewertet habe und jetzt auch in SCG drinne waren, muss ich sagen, habe ich eigentlich auch zum Teil relativ schlecht bewertet. ja. Und meine... Ja, ich glaube trotzdem noch nicht so ganz dran, dass meine Clips da mit reinkommen. Ich weiß nicht. Ah, positiv denken. Ich habe nur die Befürchtung, dass dieser 1000-Follower-Clip da reinkommt. Ja, irgendwie muss man ja beiten, ne? Mhm. Die Steinsichel kannst du übrigens in der Schmiede herstellen. Ah. Ja. Wir haben nur fünf Holzstämme, obwohl das die ganze Nacht durchgelaufen ist. Oder den ganzen Tag. Ich habe die ganze Zeit Holzstämme gebraucht. Ja, ja, aber ich dachte, der produziert ein bisschen mehr als nur... Nö. Noch nicht. Ich wusste es von Anfang an. Das ist unfassbar. Er ist eine Enttäuschung. Oh, wow. Hm? Oh, wow. Ja, ne? Hm. Aber er hat schon Stufe 3. Nice. Oh, das ist dann aber auch erst der gerade eben, weil eben hatte der noch Stufe 2. Ah. Wegen dir oder mir am Schreien. Hm. Ja, so wird es kommen. Das ist unfassbar. Ich habe jetzt mit nicht mal einem ganzen Feld zwei Sicheln kaputt gemacht. Wei. Die gehen so schnell kaputt. Ha. Ha. Was? Ähm. Kennst du die Beschreibung Fehler 40? Nein. Okay. Äh. 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 Hast du den gesamten Dung verbraten? Ich habe gar nicht gedüngt. Guck mal, im Feldschuppen vielleicht liegt es da drin. Oh. Ja. Nee, der ist leer. Ist natürlich traurig. Ja. Äh. Willst du einen Joke haben, der ein bisschen unter die Gürtellinie ist? Oh ja, auf jeden Fall. Okay. Man sieht eindeutig, dass du das Haus hier gebaut hast. Warum? Die Tür ist verkehrt rum eingebaut worden. Nur bei dir. Bei mir ist sie richtig rum. Vielleicht liegt es auch an dir. Oh. Äh. Warte, vor welchem Haus stehst du? Äh. Dem Lebensmittel- Nahrungsmittellager. Ja, bei mir ist sie richtig drin. Also die Soundanimation kommt sogar. Sieht das geil aus. Oh, ich kann einen Schweinestall herstellen. Mhm. Jetzt tu mal nicht so, als hättest du dafür was getan. Ganz viel. Ich hab fünf Holz da reingedengelt. Das hat nichts damit zu tun. Den Schweinestall können wir bauen, weil ich das Feld abernte. No. Okay. Eine Runde schlafen gehen. Äh, lass mich noch kurz hier einmal, äh, die Leinen verprügeln. Wir können. Okay. Ich komm mit zu dir, wir schlafen nebeneinander. Was? Ich hab grad kein Haus. Wenn du nicht kuscheln willst, kannst du es mir auch sagen. Also ich hab da ein bisschen Respekt für deine Frau oder so, ne? Also. Außerdem sind wir Geschwister, das ist komisch. Hä? Hast du nicht mit deinen Geschwistern schon mal in deinem Bett geschlafen? Ernsthaft? Ich könnte mich nicht dran erinnern. Ehrlich jetzt? Ja. Hä? So als Kind? Ich, bestimmt, aber ich hab keine Ahnung. Also nur um das nochmal klarzustellen, ich rede von nebeneinander schlafen und nicht miteinander schlafen. Ja, ich auch. Das war mehr für meinen Chat, dass du das verstanden hast, weiß ich wohl. Shri Toma, Alabama. Du guckst zu viel Gronkh und Tobi. Also ich hab Gronkh angefangen zu gucken, da hat er Minecraft-Videos gemacht. Ja. Die eine Viertelstunde gingen. Weil YouTube nicht länger Aufnahmen angenommen hat. Mhm. Hm? Da warst du wahrscheinlich fünf. Vielleicht. War bestimmt älter. Wann war das? 2012. Hä? Was denkst du, wie alt ich bin? 18? Ich glaube, das Thema hatten wir schon zwei oder drei Mal. Also ich hätte jetzt gesagt 26. Ach, komisch. Wie kommst du da drauf? Weiß ich nicht. Hm. Zuschauer, ich faulenze nicht. Ich suche gerade Holz, weil... Er faulenzt. Weil Manni zu viel gebaut hat. Was ich aber gut finde. Und guten Abend. Hi. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht. Oh Gott, diese Elche hören sich auch komisch an. Ich habe vergessen, den dingstens umzustellen. Ach ja, ich auch. Oh, eine Näherei. Nice. Oh, ich hatte gestern im Stream die ganze Zeit eine verfickte Mücke hier rumfliegen. Die war übelst nervig. Und genau eine Minute nach Ende des Streams konnte ich sie erfolgreich töten. Das hat mich ein wenig mehr aufgeregt. Ah. Was mir gerade aufgefallen ist, in meiner Taverne macht abends immer so eine Band Terror. Ja, seit dem neuen Update ist das hinzugekommen, dass Baden deine Taverne besuchen. Ach so, ich war... Wie weit hast du gespielt, dass du schon eine Taverne hast? Ich war gerade am überlegen, von was er redet. So, ja, nee, er redet von hier. Und der Taverne und den neuen Baden, die es da ab jetzt gibt. Ah. Also, wenn wir hier so weitermachen, sehen wir aus wie der Harz nach einem Borkenkäferangriff. Bitte was? Weißt du, wie der Harz aktuell aussieht? Nein. Ähm, da sind so ein paar Borkenkäfer unterwegs und da stehen keine Bäume mehr. Oh, das ist natürlich höchst tragisch. Ja. Monokultur sei Dank. Hm. Da muss ich hier auch dran denken, weil... Bis auf die eine Birke, die da steht, ist hier echt Todesland. Äh. Ich hab ne Stadt mit 67 Gebäuden. Oh boy. Ja, okay, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Kleines bisschen. Wir haben, glaube ich, gerade 18 Gebäude oder so. Oh, bei mir war einer in den... Oder eine in den Kommentaren, die hat geschrieben, sie hat 20 Frauen, die schwanger sind. Holy shit, das Dorf läuft ja überhaupt nicht mehr. Ja, das darf ich auch. Wenn die alle in Mutterschutz gehen. Nüsse zu essen, ohne dass ihr das hört, ist echt schwierig. Einfach reinschaufeln den Scheiß. Hm. So, und wer ist jetzt der Borkenkäfer-Zuschauer? Gibt's doch zu... äh, gibt's doch zu... Zuschauer. Du hast dich durch die Borken... ...Nach... ...durch die Bäume da gefressen. Meine Güte. Davon gehe ich nämlich auch aktuell aus. Er war es ganz bestimmt, ich bin mir fast sicher. Hat aber angeblich ein Alibi. Ja, ja. Das würde ich dann auch sagen. Ja. Ich finde das mit den Augen auf dem Mikrofon so lustig, ne? Das war echt ne Top-Idee. Das war ne richtig gute Idee. Vor allem, es sieht irgendwie ein bisschen aus, als ob du einen plüschigen Controller da vor dir schweben hast mit Augen. Auf den, äh, Joysticks. Ja. Ah, schön. Äh. Warte, warte, warte. Willst du mich jetzt vergraben, oder wat? Oh Gott. Was für einen asthmatischen Anfall hat der denn? Ja, der ist, ähm, der übt noch. Ach ja, das Menü gibt's ja auch noch. Fight me, Coward. Ah, das ist so gut. So. Ja, oder, äh, sie könnte da auch noch mit roten Fäden irgendwas machen, oder so. Vielleicht halten die ja. Vielleicht werden wir uns jetzt ganz schnell verkrümeln. Meint er, wir kommen dann noch? Ja. So. Also ich will dich ja nicht maßgeblich enttäuschen, ne? Aber du hast hier Bullshit gebaut. Wieso? Komm mal ran auf den Meter. Ich hab die Grundkonstruktion gebaut. Wenn du da das falsche Modul einsetzt, kann ich da eigentlich nichts für. Du bist ja oberste Baumeister hier. Ja, ich hab doch hier, ich hab nur die Bodenplatte gemacht. Warum ist hier ne Flechtwand? Was ist hier anders im Gegensatz zu diesem Haus hier, hm? Hm? Kannst du es mir sagen, hm? Außer das da ist fertig und das da nicht. Hm? Naja, du hast das falsche Material ausgewählt. Ich hab gar nichts ausgewählt. Ja, selbstverständlich. Ich kann nichts auswählen, wenn die, ähm, wenn die, äh, hier, der Rahmen noch nicht steht. Hätt ich jetzt auch gesagt. Jetzt darfst du es nochmal wegreißen und da das richtige Material auswählen. Schade, ich wollte gerade wegrüfen. Ähm. Ja, mein Hammer ist kaputt, deswegen konnte ich das nicht machen. Ja, ich hol mal Holz. Mach das mal. Ja, ich glaube auch. Und ich geh mal den Borkenkäfer machen. Hm. Wow. Theoretisch, mhm, könnten wir, ach ne, dafür brauchen wir 500 Produktionen, never mind. Ich wollte gerade sagen, wir könnten, ähm, Bronzemesser fertigen und die verkaufen. Weil die geben, glaube ich, 266, beziehungsweise die Hälfte davon aktuell, ähm, pro Messer. Uff. Ja. Ähm. 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 Ne, aktuell haben wir noch keinen Bergbau, weil wir erst noch ne Mine bauen müssen. Ich weiß nicht, können wir da so rein mit ner Spitzhacke und einfach drauf losdängeln? Ja. Oh. 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 Und hier kann man da noch schön Deko hinstellen. Was haben wir denn? Auswahl. Ähm. Also, ich hab gehört bei, ähm, dass das Meinen länger dauert als das Sammeln von Stein. Und wir haben ja die, die Steinhütte oben, also sollte das doch eigentlich relativ easy gehen, oder? Ja. Da hat auch jemand fehlerhafte Anweisungen gegeben, muss ich ja sagen. Ich hab überhaupt keine Anweisungen gegeben. Da, siehste. Ich dachte, du wärst in der Lage, dein Gehirn zu benutzen. Ja. Ich kann nur komplizierte Tasks ausführen. Hä? Der steht wieder eins, du. Jetzt nicht mehr. Worauf habe ich mich hier eigentlich eingelassen? Ja, die sind kompliziert. Hm. Und ich kann Holz fällen, also, was, was wird denn hier noch erwartet? Hm. Tja. Tja. Seit wann denken denn Männer nach? Ja, true. Wobei es bestimmt welche gibt, die nachdenken können. Ja. Ich weiße, wo war der Ausgang? Tja. Da kann ich dir leider nicht helfen. Ich kann ja nicht nachdenken. Hm, wusstest du, dass wenn du W drückst und die Pfeiltaste du auch schnell laufen kannst, wenn du überladen bist? Was ist das denn für ein Scam? Hm. Wow. Mhm. Das ist ja richtig Scam. Mhm. Alter, ist das nervig, dass man nicht einfach aussagen kann, ey, mach mir das gesamte Haus zu Stein. Mhm. Ähm, was hältst du eigentlich von der Idee, wenn wir, ähm, oder wenn ich einstelle, dass man schnell baut, dass er alle Materialien mit einem Hammerschlag da quasi reinzieht? Dass man nicht 15 Mal auf die Wände draufhauen muss. Oh mein Gott. Auf die Idee kommst du jetzt erst? Oh. Ja, ich wollte das vorher mit dir abklären, weil ich nicht wusste, ob du da was gegen hast. Also einfacher ist immer besser. Also hätte ich jetzt gesagt. Jo, ist eingestellt. Oh ja, hab ich grad gemerkt. Hahaha. Äh. Die machen Dach mit Holzschindeln, ne? Ja. Ach, das sieht voll cool aus. Sind das denn die besten Häuser, also materialtechnisch? Äh, ja. Äh, du musst auch oben diese Spitz-Äh-Dreiecks-Dinger da oben noch auf Stein umstellen. Ja. Okay. Ja, weil ich hab's am Anfang verkackt. Tja. Ähm, wie sieht das denn mit der Haltbarkeit aus? Wird das dann abgezogen, als ob man fünfmal draufhaut? Ich hab keine Ahnung. Nee. Trotzdem glaube ich. Ja. Sonst wird der Bauhammer, sonst geht der Bauhammer immer so schnell kaputt. Ähm. Ich brauch Holz. Keine Güte, lauf noch fünfmal hin und her. Ja, ich hab jetzt überall Holz reingehämmert. Ja, ich mach jetzt noch eben überall Stein rein. Was? Ich mach die Steine rein. Achso, ja, mach mal. Nee, das ist nur, als wenn ich einmal drauf haue, von der Haltbarkeit her. Aber es ist viel angenehmer. Oh ja. Ja, das war's dann mit dem Stein. Das war's mit dem Holz. Ich hab das Dach vergessen. Hm. Oh, oh ja. Gut, dass du's sagst. Danke. Irgendwie vergesse ich das immer. Ja. Ja. Ja, ich weiß, dass sie das nur für... Also, dass sie das nur für sich einstellt. Also. Sonst hätt ich ja nicht diesen sagenumwogenen Fehler bekommen, ne? Oh, ich hab hier die perfekte Mahlzeit für mich. Toll, Kirschen. Ja, zeig mal bitte nicht, weil du toll bist. Nee, weil die giftig sind. Okay. Oh, du hast einen Weg hier hochgebaut. Mhm. Das sieht richtig cool aus. Ja. So, meister Steinspitzer. Wow. Ich sollte wahrscheinlich mehr essen, richtig? Sonst meckert der Charakter gleich schon wieder rum. Ja, das sieht ein bisschen mickrig bei dir aus. Hm. Oh. Siehste, passt doch perfekt. Tollkirschen wurden als Drogen und als Medizin verwendet. Wer kam auf die grandiose Idee, das Tollkirsche zu nennen? Was da dran ist bitte toll? Keine Ahnung. Ist die gleiche Frage. Warum heißt LSD eigentlich Mutterkorn? Hm. 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 So oder so ähnlich auf jeden Fall. Jo. Kam das jetzt durchs Bauen oder durchs Sammeln? Ähm. Durchs Sammeln. Gewinnung sein, ne? Hm. Äh, Tollkirchen kam nicht von Super und so weiter, sondern von Rumtollen, oder? Weil die dann alle voll auf dem Drogenrausch waren. Ja, okay. War eine Frage. Ach so. Möglich? Ich warte auf den Chat. Nein, das ist doch auch nicht. Oh, Bären. Die sind sogar gar. Wolltest du reif sagen? Nein. Berauscht verrückt. Ja, an das musste ich auch denken. Also, äh, deswegen rumtollen. Und ich trolle nur rum. Warte, gut. Whose stories? Ah. Neun. Saber, schuld. Lauf mir nicht vor den Hammer. Schweinerei. Stimmt, die Näherei können wir auch schon mal bauen. Äh, Produktion, Näherei. So, wo wollen wir die hin machen? Äh. Ich will die vielleicht hier hinten, hinten, neben das eine Haus machen. Wollen wir nicht hier ein bisschen mehr Platz für, äh, Dingenskirchen lassen? Äh, Felder? Oder willst du eher auf der anderen Seite die Felder? Warte, stopp. Das hat er nicht getan, oder? Ich muss mal ganz dringend Dinge nachgucken. Spalli hat das mit dem 1000 Follower in seinem Discord gepostet. Dreh gleich dein Discord, äh, dein, dein Stream durch. Nein. Abgelehnt. Nein. Ach, äh. Manni hat, äh, die Wette gebracht, wenn sie 1000 Follower bekommt, dann, ähm, kann sie, macht sie freiwillig einen weiteren Stream außerhalb der Reihe, mit dem sagenumwogenen Spiel, was war das? Irgendwas in VR. Phasmophobia in VR. Phasmophobia in VR. Phasmophobia in VR. Also, schalte da auch gerne zu ein. Es wird königlich. Ich habe gehört, äh, Horrorspiele sind total dein Ding, du gehst da richtig drinnen auf. Sekunde. Es wird aber empfohlen, die allgemeine Lautstärke vielleicht nur auf 2 dB zu stellen. Ich habe ein Limiter drin. Genau deswegen. Der geht kaputt. Ja, ich weiß. Eine Sekunde. Äh, Inhalte, Clips. Content strike. Nee, ich suche gerade was, was raus, äh. Oh, da sind so viele. Gibt es den Clip noch? Kann man den noch angucken? Nichts gegen den alltäglichen Horror. Ja. Jeden Morgen ans Spiele gucken. Warte. Ähm. Ja, wie gesagt, jeden Morgen in den Spiegel gucken. Oh Gott, was ist das für ein Video? Ah, schön. Vor allem, das war, das war nicht mal, weil, weil mir wirklich jemand gefolgt ist, sondern weil mir einer entfolgt und wieder gefolgt ist, um diese Reaktion hervorzurufen. Was war das? Den Papier ziemlich nahe. Okay. Wahlweise in die Andertale. Ja, kommt dem Ganzen hin. Ja, Spaddy, auf jeden Fall beste Entscheidung. Ne, warte, da passiert nichts. Passiert da was? Ich sehe nur diese kleinen Bilder bei dir da im Stream. Wie? Ja, dann Streambeginn, 21 Uhr, oder was? Hm. Oh, das wird wild. Jetzt will ich es noch mehr. So, wo sollte ich die Küche hinstellen? Äh, die Weberei? Ähm, das wäre jetzt eine Frange an dich. Und zwar entweder da so in die Region oder mal auf die andere Seite, weil da sieht es ziemlich leer aus. Ich habe irgendwie den Eindruck, ich... Von Wohnhäuser hin. Ich habe den Eindruck, ich wurde ausgeschlossen. Wieso? Oh. Macht ihr nichts draus? Aktuell gehört ihr das Haus sowieso nicht, sondern mir. Schweinerei. Ja, also, ich hätte die Weberei tatsächlich hier hinten hingesetzt zu den Feldern. Ja? Hm. Aber die Küche können wir nach da hinten stellen. Ähm. Wir können auch direkt neben meine Butze eine Traverne stellen. Da würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Die wird sowieso nochmal abgerissen und neu platziert. Die Traverne? Nein, dein Haus. Oh. Was nicht mehr dir gehört. Schweinerei. Oh, ja, das wird sehr furchtbar werden mit dem Stream. Aber wie gesagt, wir sind noch Meilen weit davon entfernt und das kann auch gerne so bleiben. Also, Spaddy, wenn du ein Follow-Bot kaufst, ne? Nein! Das zählt nicht. Ich würde damit... 3,50 Euro wird einsteigen. Nein, das zählt nicht. Aber, äh... Ihr wird nichts gekauft. Nur echte sind erlaubt. Ja, hey. Ich, äh... Nein, ihr dürft nicht mit Follow-Bots oder so arbeiten. Das ist, äh, nicht rechtens. Nein, das... Das, äh, verstößt gegen die TOS. Und da solltet ihr auch wirklich drauf achten, nicht, dass dann auch noch euer Account gesperrt wird. Ja, zumal, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck dahinter. Genau. Und was bringt mir das auch? Auch diese ganzen Leute, die sich Follower kaufen, weil was bringt denen das, wenn sie nicht einschalten? Ja. Also, es ist doch einfach dumm. Ja. Wenn du damit drei Zuschauern und, äh, 40.000 Followern rumläufst, das ist irgendwie komisch. Ja. Das bringt halt absolut nichts. Ähm, ich glaube, sie hat aktuell 566. Mhm. Ist einfach nur eine Zahl dann, eben. Ja. Und das, keine Ahnung, das ist halt doof. Ja. Könnt mal gucken, wie viel Kalkstein wir haben, dann könnte ich wieder das Haus weiter verputzen. Äh, ja. Also, weit entfernt ist sie auf jeden Fall. Und Follower brauchst du auch noch. Was? Jetzt wird man nicht frech. Was denn? Schnaufi. Ja. Ein Amboss. Wow, ich kann mir nichts freischalten. Ach, ich muss dann selbst auch nochmal das Schema kaufen für 600. Äh, für Geld. Ja, ja. Aber da habe ich auch noch gar nichts gekauft. Ach so. Glaube ich. Warte mal, lass mich eben nachgucken. Aber ich glaube, von den Kupfersachen habe ich noch gar nichts gekauft. Ähm, ich habe nur hier die Steinsichel eben gekauft. Was total dumm war, weil ich die Kupfersichel hätte kaufen können. Dürfte ich kurz daran? Bitte? Was läuft falsch mit dir? Vieles. Äh, ich habe noch nichts freigeschaltet. Also, wenn du möchtest, kannst du es gerne tun. Dann müssen wir uns nur ein bisschen abstimmen. Beziehungsweise, äh, wie viel Geld hast du? 600. Perfekt mehr als ich. Schalt mal was frei und dann gucke ich, ob ich es auch herstellen kann. Ich hätte nämlich jetzt vielleicht... Ähm, nehmen wir Bronk... Nee, Kupfer, ne? Also, wenn Bronze geht, dann nehmen wir Bronze. Nee, brauchen wir noch 500 in Produktion. Ja, dann nehmen wir erstmal Kupfer. Ähm... Soll ich als erstes... Eine Axt freischalten? Ähm... Äh... Ja. Ja, ich habe Geld, weil ich ihr nicht erzählt habe, dass ich noch Geld habe. Siehste, ich habe gesagt, dass ich Geld habe und schon muss ich ausgeben und für Sachen bezahlen... Ähm... Äh, Kupferachs, ne? Mhm. Okay. So. Kiek mal rein da. Ja, perfekt. Nur einer muss kaufen? Ja. Super. Äh, wollen wir dann noch ne... Den Hammer oder ist das ein bisschen drüber? Dadurch, dass der Holzhammer jetzt nicht mehr so kaputt geht. Äh, ich würde... Ich würde die Spitzhacke kaufen. Okiepokie. Die Spitzhacke kann man nicht kaufen. Ach, es gibt keine Kupferspitzhacke. Ja. Button and Crime. Oh, ich brauche einen Holzstamm und Steine. Sonst wäre ich jetzt mal in die Mine gegangen. Wir haben auch noch keinen Holzstamm. Oh, einen. Super. Ja. Super. Kann ich nicht auch ein bisschen was für mich behalten hier? Was? Ich habe gar nichts gemacht. Ja, nicht du. Zuschauer ist übergelaufen. Er hat immer noch Geld. Ähm, dann kannst du mal gucken, ob du nicht noch die Kupfersichel kaufst. Äh, ja. Kann ich machen. Weil die Steinsichel, die benutzt man halt dreimal und dann ist sie kaputt. Äh. Ähm. Irgendwer hat kein Werkzeug. Ich auch. Das haben alle Werkzeug. Achso, wurde mir gerade angezeigt. Scam. Scam, Jesus. Oh, schuld. Ey, Spuddy. Mob mich nicht. Okay. Ich geh da nochmal bitte ein Holz sammeln. Hm, ich geh Steine sammeln. Ich auch. Hä, ich dachte, du wolltest Holz sammeln. Ja, hier lagen gerade so viele auf dem Boden. Achso. Das war genau in dem Moment, wo du es gesagt hast, sind hier, äh, warte. Sieben Steine vor mir gespawnt. Hm. Schnaufi, 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 schnauf. Du oder ich? Was? Nee, ich. Ach gut. Ich dachte, das Mikrofon wäre schon wieder kacke eingestellt. Hahaha. Achso, nee, nee. Das, äh, war mein, mein Figürchen. Das Schnaufi, schnauf gemacht hat. Ich habe gerade so ein bisschen Angst vor Wölfe. Ich weiß auch noch nicht, warum. Kann ich mir jetzt auch gar nicht erklären. Nee, man hört sie auch nicht die ganze Zeit. Hahaha. Oh, man hört sie richtig. Run, boy, run. Ach ja, stimmt, ist eine neue Jahreszeit, dann respawnen die ja. Das ist schlecht. Hm. Dann können wir dem Holzfäller ja auch gleich schon, äh... Sachen geben? Äh, ja, Kupferechse gegen. Ähm, Kupferbarren sind auf... Was? Geben. Ja? Ähm, nee, Alter. Hä? So. Was ist denn los mit dem heute? Arbeit. War sehr anstrengend. Hm. Schlag auf. Das darfst du hin! Alter. Ja? Hahaha. Hast du heute eigentlich noch frei gehabt? Ja, ja, ja. Ich muss Montag erst wieder. Oh, geil. Mhm. Ähm, wir brauchen Holzstämme. Ja. Ja, ich weiß. Ich verteile die hier. Schau mal. Höh. Jao. Ist klar. Willst du nicht erstmal hier vielleicht die Dächer draufsetzen, oder? Dafür brauchen wir aber Bretter. Ah. Ja, jetzt habe ich keine Holzstämme mehr. Oh, sorry. Kannst du froh sein, dass ich überlastet bin? Ich bin gerade an diesem Brunnen vorbeigelaufen und auf dem rechten Ohr hat sich das so angehört, als ob hier ein Bär steht, weil die das gerade bewegt und dann dieses komische Bärengeräusch. ist kein Geräusch. Jep. 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 Gut, ne? Ja, ne, ich weiß nicht. Also wenn man aus dieser Richtung hier guckt, sieht der Wald echt übel aus. Äh, welcher Wald? Ja, genau. Ach. Epic hat ja kein Screenshot. Was tun sie da? Wege. Ja. 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 Und wie lange brauchten Bäume nochmal zum Wachsen? Ich glaube zwei Jahre, ne? Jep. Oh, das kann ja nur nervig werden. So, jetzt kann man hier nämlich... Nämlich... Hahaha. Ähm, äh, möchtest du mir vielleicht kurz erklären, warum du tot bist? Ich wurde jetzt nicht vom Baum erschlagen. Hm. Hm. Glaube ich dir irgendwie nicht. Brains. Ich brauche Gehörne, damit ich weiterleben kann. Gehörne? Gehörne. Kenn ich nicht. Weiß ich nicht, was das ist. Ich brauche Hirn. Tja. Ja, anscheinend kann man einfach respawn. Hm. Kostenfrei. Ich habe auch anscheinend nichts verloren. Hm. Ich würde sagen, 10 von 10 kann man mal machen. Hm. Ich will nicht sagen, dass mir eben genau das gleiche passiert ist, aber... Ja, mir ist genau das gleiche passiert. Finde ich gut. Mhm. Kann man denn seine Leiche finden? Nein, du hast alles im Inventar. Ah. Wäre auf jeden Fall lustig, wenn das wie bei einigen Minecraft-Mods wäre, wenn jetzt hier einfach so ein Grabstein steht. Mhm. Aber Matt Respekt an den Typen, äh, mit dem ich gerade spiele. Eine Axt mit einer Hand zu bedienen, das geht auf Dauer echt auf die Arme. Ich war gerade kurz verwirrt, aber ja. Ich weiß nicht, hast du schon noch Holz gehackt? Hm? Ja. Ach, wenn ich mir da überlege, das auf Dauer mit einem Arm zu machen, Alter. Ich bin überlastet wie ein Schwein und werde vom Schwein angegriffen. Hm. Hammer Bitch! Dorfbewohner, verteidige mich. Dankeschön. Oh, und alle Holzstämme weg. Kann man eigentlich einen Steg bauen? Ja. Das wäre hier voll geil. Ähm, unter Plattformen. Das müssen wir aber auch erst kaufen. Äh. Kannst du da nicht was Positives erzählen? Entschuldigung, dass meine Aussage nicht ihren Erwartungen entsprochen hat. Ja, schlimm. Ja, Zuschauer, das ist allgemein üblich bei mir. Das Schwein lässt mich auch nicht in Ruhe. Ich muss mal die Seine stellen. Ich muss mal die Seine stellen. quindi ist nur da so etwas ist. Je muss mal die Seine stellen. Ja, ich muss mal die Seine stellen. Ja, ich muss mal die Seine stellen. Das ist alles ganz. Ja. 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 Perfekt. Quasi. Ja. Was? Ich sagte ja. Also wegen perfekt. Ja. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch einen Arsch voll Stöcker. Ja. Ich glaube ich habe 130. Sehr gut. Das war es wert. Zuschauer sagt, du hast es schon seltsame Bedürfnisse. Warum? Sehnt es sich nicht auch manchmal nach einem liebevollen Stock? Äh, eher weniger. Und jetzt einfach nur diese Soundspur als Button anfertigen. Das war's. Da hat mich gerade Karma von hinten genommen Mit einem liebevollen Schock, meinst du? Ja, aber trocken Dann hoffentlich mit viel Anlauf Ja, unvorbereitet Unverhofft kommt oft Ja, das war aber nur ein Feature-Test Den ich jetzt erfolgreich durchgeführt habe Weil der Ast haut ab Hallo, let's play Pink Hallo, hallo Hallo Zuschauer, du könntest mir das Nummernschild gerne einfach per DM zukommen lassen Was für ein Nummernschild? Von dem Arsch, der mich angefahren hat Wie geht's dir? Mir geht's wunderbar und wie geht's dir? Ich hoffe auch gut Ich hoffe, du hattest bisher einen entspannten Tag Sein Name ist übrigens Arschloch und der Nachname Horn Baum 2 Nee, das ist mittlerweile Baum 3 Glaube ich Ja, doch, ich bin irgendwie, ja doch, ja, genau Und sonst so? Ja, war sehr entspannt, das freut mich Soundeffekte sind super Ah, der zweite ist Serientäter Okay, ja Ah, du hast einen Discounter Ah, I see, I see Gerade eben wäre ich noch durch den Mixer gezogen worden Ich hab auf jeden Fall Mixer verstanden Ich hab auch Mixer gesagt Ja, ich weiß Hab ich auch auf jeden Fall so verstanden Wo deine Gedanken wieder hindriften Erst mit Stockhand, dann sowas Es tut mir wahnsinnig leid Ah, es wird einfach nur furchtbar Äh, danke Takomi für den Follow Willkommen im Rudel und schön, dass du dabei bist Hallo Das ist heute wieder ein ganz furchtbarer Stream Irgendwie artet das immer aus, wenn ich mit dir streame I'm so sorry Glaube ich dir nicht Ach, nee, ähm Wie kann man sich eigentlich heilen? Mit Breitwegerich Okay, dann zünden wir uns eine Kippe Breitfrägerich an Und dann gucken wir mal Lässt du ordentlich einen durchziehen dann, ja? Mhm Hm Ich wollte kein, ich wollte ein Feld machen Oder eine Plantage Nee, ein Feld Ein Feld Ach, verdammt Ist Wegerich eine Zutat Das ist, das ist ein Kräuter Wiest Summsi mit Po, ja Genau Äh, hat mit Diebel lange nicht gezockt Äh, ist ja richtig nice geworden Oh ja Oh, warte mal Wenn du, wenn du das lange nicht gespielt hast, dann, ähm Mach dich auf den Verwaltungsaufwand gefasst Oh ja Du hast das ganze Fort weggeraucht Du kannst jetzt Ja, da ist nix mehr Ist doch nicht meine Schuld Äh, du kannst jetzt pro Jahreszeit Einstellen Wie viel Die Leute von was machen sollen Und das bei jedem Oh, Moment, das war falsch Äh, das bei Jeder einzelnen Hütte Ähm Hier hinten beim Holzfäller zum Beispiel Sieht das ganze aktuell so aus Das geht ja noch Ähm Die Felder sind viel schlimmer zu verwalten Also ich weiß nicht, wie es früher aussah Aber jetzt musst du halt Hier angeben Was du haben willst Dann musst du das füllen Damit die Dorfbewohner das dann auch machen Und du musst tatsächlich auch dem Brunnen sagen Dass er Also Der Frau, die am Oder dem Mann Der am Brunnen arbeitet Dass er Sie es Die Eimer auch befüllen soll Genau Die Brunnenbearbeiter Rinn Beauftragter Ja Was ich denn Bildchen trau Was? Oh Das wirkt nur gegen Alkohol Was macht Ja, spätestens wenn wir die Taverne haben Brauchen wir das auch Geringeren Wasserverbrauch Hatten wir nicht auch irgendwo Heiltränke? Ich glaube die habe ich alle verkauft Oh Nein Warum geht das nicht? Ist das Falsche? Das war dieses Breitkrautding ins Kirchen, ne? Breitwegerich Sachen bitte jetzt nicht Der wächst nur an Wegen Weiß ich nicht Du könntest aber mal Alt drücken Ja Ja, da kriegt man aber nicht angezeigt Oh Breitwegerich Aber man kriegt da nicht angezeigt Wo was Also Was für ein Kraut das ist Warum geht das denn nicht? Was versuchst du denn? Der Weg ist wahrscheinlich im Weg Witzbold Der gute alte Breitwegerich So viele Wege wie ich hier verlege Müssten wir davon ja bald genug Hier wachsen haben, ne? Ja Ich glaube ich mach das nochmal von vorne Weil das sieht kacke aus Hau mich mal in den Lörg Alles klar Mach das, mach das Und danke für den Follow Viel Spaß Jetzt muss ich voll aufpassen Ich weiß es nicht Es ist gruselig So Jetzt sollte das eigentlich passen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Das war so klar Was fehlt dir? Nichts fehlt mir Also Vieles aber Nichts Wobei du mir gerade helfen kannst Hm Ah, okay Ja, ja Kommt her Kommt her Nee, nee Pinky ist Aus freiem Willen Da ehrlich Sag ich ja Takumi 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 So, jetzt hat das Lager wieder Wände. Oh, wir haben das Haus nicht fertig gemacht. Hast du dich gerade bei NPCs ins Dorf gelegt? Ja. Äh, nur für den Rest garantiere ich nicht. Und mal wieder gehen, Wasser und Essen zur Neige. Ja, der Charakter ist aber auch anspruchsvoll. Also ich finde unser kleines Dorf hier schon echt hübsch geworden. Ja. Vor allem, das passt so gut in die Natur rein. Naja, wir können ja auch noch keine Parkplätze bauen. Gibt es eigentlich Beton? Nein. Kack-Game. Wir müssen was anderes spielen. Du fragst, welche Natur? Hier fahre von Anfang an nix. Eigentlich schade. Wir hätten so richtig schön alles abholzen müssen. Da hinten ist doch noch genug Wald. So, möchte mir einer verraten, was ich jetzt mit den restlichen 98 Kulleraugen machen soll? Du könntest eine Werbeaktion starten. Kaufst noch für 98 Euro Briefmarken und verschickst dann ein einzelnes Kullerauge. Oh mein Gott. An deine nächsten 100 Follower. Ich hab gerade gedacht, ich hätte meine Kaffeetasse schon wieder umgeschmissen. Weil ich da mit dem Handgelenk dran gekommen bin. Aber sie ist leer? Ja. Und ich hab sie nicht umgeschmissen. Ich hab mich nur zu Tode erschrocken. Jaffa, das gehört sich nicht. Ich würd vorher noch die Klebestreifen abziehen und dann aus dem Fenster schmeißen. Oder auch bei der Arbeit an allen möglichen Sachen festkleben. Ich glaub, das mach ich auch. Dann machst du den Kaffeeschrank auf, wo die Tassen drinstehen, so mit 100 Tassen. Und jeder hat so ein fucking Kullerauge. Nee, bei den Tassen wär doof, weil, ähm... Da würde... Das würde ja abgehen, wenn die das nächste Mal in die Spülmaschine kommt. Ja, okay. Ähm, dann gibt's nur noch Handwäsche. Die Windschutzscheibe damit vollkleben. Nachbar ist Auto damit nachts... Äh, Auto nachts damit zukleben. Ja. Ich glaube, der wäre nicht so begeistert davon. Ähm. Mein Vater hat gesagt, wenn nichts... Interessiert mich nicht. Ähm. Was? Mein Großvater hat gesagt, wenn ich nichts mehr verletzt, bist du tot. Aha. Das hat die Tante hier grad gesagt. Wo du gesagt hast, interessiert mich nicht. Kannst du, äh, noch die Kupferhacke kaufen und die mir bitte einmal herstellen? Dankeschön. Äh, ich hab keinen Kupfer. Du sollst die nur... Du sollst die kaufen. Ja, und dann hast du gesagt, du musst sie gleich herstellen. Ja, Kupfer liegt doch hier hinten, hatte ich doch gesagt. Oh. Besorgst du mir einen Holzstamm? Hast du keinen eigenen? Nee, ich hab die alle in das... Oh, doch. Ein einzigen. Hahaha. Das hat sogar gepasst. Ah. Danke. Ja. Brauchen wir noch mehr Holz? Äh, ja. Nee, warte mal. Ist der genau kaputt gegangen, als ich das Feld fertig gemacht hatte? Ja, wahrscheinlich. Nee, nee. Hier, das hier ist noch nicht fertig. Wildschwein. Dich kriege ich, du Sackrate. Aber ich dachte, es wäre ein Schwein. Ja, das ist es auch. Hahaha. Hast du die Stöcke schon ins Lager gelegt? Äh, die, die ich jetzt aktuell geholt habe, noch nicht. Aber kann ich eben machen. Das wäre super. Ich habe 21 Fleisch bekommen und kein Schaden. Du bist der Meinung, dass mehr Schaden als jetzt noch geht? Ja. Ja. Oh. So viel zu, kein Schaden. Knaufi. Hundertdreih. Danke, Dön. Bitte, Dön. Ich mache mal was Sinnvolles nebenbei. Mach das. Wir sehen uns da morgen wieder, würde ich sagen. Was? Oh, verdammt. Ich gehe Stöcke sammeln. Und gleichzeitig Holzstämme. Obviously. Lol. Ich wollte gerade sagen, ähm, du fragst dich jetzt, warum wir ein neues Level an Produktion erreicht haben, bestimmt. Deine Einstellung mit einmal draufschlagen, wirkt sich auch auf andere Dinge aus. Ich war jetzt darauf eingestellt, dass ich 18 Minuten lang Fleisch brate. Ach so, nein, das ist noch eine andere Einstellung, die ich vorher schon gemacht habe. Okay, gut. Ja, ich habe ein bisschen Fleisch gebraten. Oh. Ja. Also, ich wollte ja schön grillen, hier 18 Minuten lang. Oh, nee. Nix gibt's. Nee. 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 Verdammt. Ich habe nochmal 21 Fleisch besorgt. Absichtlich? So halb. Ah, cool, cool, cool. Also eigentlich wollte ich nur Bäume fällen. Hm, ist nicht so gut gelaufen, oder? Ja, und den Baum habe ich jetzt auch gefällt, aber... Nee, da wurde man unterbrochen. Ist das eigentlich schon das Lagerstufe 2, oder... ...einfach nur Mauern-Upgrade, Update? Äh, das ist das Lagerstufe 2, wenn wir es fertig haben, dann haben wir 2000 Kilo Platz in der Truhe. Und? Das ist eine sehr gute Frage, das könnten wir gleich mal ausprobieren, ob man die leeren Hütten auch looten kann. Äh... Löschen kann. Nö. Hätte mich auch irgendwie gewundert. Ja, mich auch. Das muss in 2 Jahren echt lustig aussehen, wenn alle Bäume auf einmal nachwachsen und wir hier wieder einen halben Urwald haben. Und ploppt. Ja. War das in Forest 1 so, dass die dann einfach reingeploppt sind? Was so richtig kacke aussah? Ich glaube schon. Hm. Er kommt noch her. Wollfie, 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 Wollf! Wollfie, 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 Wollf! Nee! Falsche Richtung. Ich bin hier! Wollfie, 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 Wollfie! Oh ja! Kultivieren wär auch richtig kacke! Jetzt läuft er mit meinem Pfeil im Arsch weg! Glückwunsch! Alter, sind die kacken schwer! Äh, schnell! Du kriegst das schon hin! Der lebt ja immer noch! Ja, ja! Jetzt nicht mehr! Ja! Wow! Was denn? Ja, der ist direkt neben mir gelandet, der Baum. Schade, ich hatte gehofft, der trifft dich noch. Wow! Wow, da ist grad einfach nur so ein Ast in mein Gesicht geklatscht. Hehehe! Hehehe! Ich kann leider nicht mehr tragen. Huh! Ich höre es nur Schnaufen hinter mir. Ja. Da weiß ich echt gerade nicht drauf, wie ich da drauf reagieren soll. Was? Also ich komme nicht schnell genug von den Bäumen weg, wenn sie wachsen und deswegen werde ich von denen erschlagen. Das ist sehr nett von dir, Zuschauer. Ahre Worte wurden nie gesprochen. Oh. Gemeinheit. Nein, Wahrheit. Gemeinheit. Geinnütz cheese. Nein, da war we have. Schön! Uh, 2-Level-Vault hier. Geil. Hm. Naja, dauert bei mir noch, bis ich da... ...die Stufe 2 kriege. Nee, die Blümchen kannst du behalten. Also heute ausnahmsweise mal. Oh. Schön. Jetzt fehlen nur noch Bretter. Ja. Aber wir haben den hier eigentlich ordentlich Holz gebracht. Ja, das, ähm... ...bringt nicht viel. Ah. Dadurch macht er nicht schneller, ähm, Bretter. Das ist ja fies. Hm. Ah, ich hab noch 27 Stämme in den, ähm, Kasten getan, ne? Ja, dann, äh, hol ich die eben raus und mach selber Bretter. Äh, das geht deutlich schneller. Ja, ich hab's grad gesehen, deswegen hatte ich's nochmal extra gesagt. Ja. Das gut, das gut. Oh, ich bin ein bisschen schmutzig. Hm. Oh, ich bin ein bisschen schmutzig. Oh, das Lied, was grad bei mir läuft, das passt soo gut grade hier rein. Das ist so geil. Hm. Das waren nicht mal ansatzweise genug Bretter. Ich hatte 80. Was zur Hölle. Ich muss mir eben ne Holzachs machen und dann... ... ... ... ... Hast du gerade gesagt, eine Holzachst? Ja, also eine Axt für Holz. Okay. Tja. Ja, passiert hier schnell, dass man schmutzig wird. Wow. Was? Ja, du darfst all deine Kommentare äußern, die du äußern möchtest und alles hier natürlich kommentieren. Was dein Geiste kitzelt. Musst du gerade wirklich kurz überlegen, ob du mit mir oder mit Zuschauern redest. Mit euch beiden. Ja, FSK 18, ja, okay, ich weiß nicht. Muss man dann seinen Stream eigentlich dauerhaft ab 18 einschalten? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Weil unflätige Kommentare lasse ich ja auch ab. Ja, aber ich glaube, solange das nicht dauerhaft und ständig ist, sollte das eigentlich okay sein. Ah, okay. Dann passt das. Und dann passt das. Okay, weil ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich habe es, glaube ich, nicht eingestellt auf Dauerhaft 18. Ich habe es auch nicht eingestellt. Wir müssen uns also benehmen. Hm. Ist es dafür nicht schon ein bisschen zu spät? Äh, jup. So, Näherei ist fertiggestellt. So, jetzt kann ich mal schreiben. Moin, musst du erst die Counter-Strike-Runde gewinnen. Nice. Jetzt muss ich den Holzfäller nochmal eben verscheuchen. Achso, den hast du schon verscheucht. Ja, ich mache gerade 30 Bretter. Bretter. 60. Okay. Okay. Wo darf ich die reindengeln? Ja, wo Platz ist. Oh, hast du noch ein Holzstamm? Dann können wir das eine Holz hier beenden. Ne, drei brauchen sie. Ja, habe ich. Warte, warte, wo? Hier, das hier. Ich habe mich verlaufen. Hey. Das hier ist, hier fehlen noch Bretter. Wo? Drei. Bei dem Haus hier. Und bei dem kleinen Haus hier vorne fehlt auch noch das komplette Dach. Da fehlen ja auch noch alle Mauern. Oh. Wie bitte? Und Holzstämme. Und Innenausstattung. Oh wow, das reicht genau. Oh wow, das reicht genau. Das reicht wirklich ganz genau. Nein! Du hast alles fehlt, ein Brett. Ja. Ja. Das wäre auch zu schön gewesen, wenn das jetzt eins zu eins gepasst hätte. Ja. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Wieso? Sollten das keine Flechtzäune werden? Doch. Oh. Aber ich wollte da gerade herlaufen und du machst, äh, mauerst mich einfach ein. Tja. Danke, jetzt geht es weiter mit Leak. Viel Spaß. Oh boy. Äh, wenn ich zum Beispiel nach einem Spiel suche, wie zum Beispiel, äh, das Gericht ist wieder kurz ausgebraut. Ah. So, was ich jetzt schon mal machen kann, ist mir hier die Flachshalme rauszuholen. Ähm. Und die zu leiden, zu verarbeiten. Warum ist hier noch Flachs drin? Also wenn man schon leidet, dann aber, äh, richtig so habe ich das mal aufgeschnappt. Ähm. Heißt du. Ähm. Okay. Ich hatte noch nie das Problem bei Twitch, dass ich die Videos nicht gucken konnte, deswegen... Weiß ich nicht. Ah, ja. Ah, ich glaube, ich habe das Konto schon seit 14 Jahren gefühlt, also... Ach, die Vorschau ist ausgegraut. Ah, okay. Ah, okay. Okay. Also ich habe da noch nie so drauf geachtet, muss ich zugeben. Ja, also so ganz synchron läuft das hier mit den Händen aber auch nicht. Oh, hier liegt ein Wolf. Ich glaube, den Wolf mit dem Pfeil im Arsch, den hast du noch erwischt. Ah. Nee. Da lag kein Pfeil rum. Ja, es kann sein, dass der nach einer Zeit verschwindet oder so. Ah, okay. Ah, meine Güte, man hat schon wieder Durst. Ach, ist das lästig. Dass du da auch noch so einen geilen Erinnerungs-Service hast. Hm. Könnte ich ihn echt auch mal gebrochen, obwohl ich den wahrscheinlich einfach ausstellen würde. Also, dass du deine Freundin jetzt sogar abboxen willst, also wirklich. Wer hat das denn gesagt? Du, gerade eben. Nein! Erinnerungs-Service abschalten. Hä? Das war damit doch gar nicht gemeint. Die kommt so nett bei dir in den Stream rein, fragt, ob du schon was gegessen hast und dann kriegst du ein Brot mit Gurke. Also, besser geht's ja nicht mehr. Apropos, wir haben schon voll spät. Und ich, äh, ich, ich komm gleich wieder. Ich hol mir mal eben was zu essen. Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Das war's für heute. 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 Dann noch eben baden und was trinken und dann... Das war's für heute. Und dann... 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 war? Der Techniker hat mir erzählt, es war die Schuld des Backofens selbst. Und ja. Oha. Man kann sogar die Tür ändern. Hä? Wie? Auch dekorieren. Steht bei mir nicht. Äh, du musst auf die Wand neben der Tür. Oh. Ne, da geht nur Wand. Ja, ja, auf die Wand und dann dekorieren. Ja, aber... Moment. Oh. Oh, wow. Wow. Ach gut, dass die Schemata nur... Tausend. Fünfhundert bis tausend Kosten. Ne, tausendfünfhundert. Da. Und man kann sogar noch Blumenkästen anbringen. Ja. Aber nur auf die verputzten Wetten. Ah, ne. Voll geil. Ja, das, äh... Mh. Hm. Da kommt noch ein bisschen was, was wir machen können. Auf jeden. Vorher. Probabile... Um, also freeze. Absurun. Ab interrupted. igans. Wetter. Oh oh. Hahaha. Oha. Also wenn du Wollstoff hast, kann man die Betten ja auch richtig geil upgraden. Ja. Dafür brauchen wir aber erst Schafe. Oder wir müssen halt den Wollstoff kaufen. Aber das wäre ein bisschen teuer auf Dauer. Äh, ja. Da wir hier eine Mine haben, würde ich auch vielleicht sagen, dass wir die Produktionskette so weit aufstellen, dass wir ja hinterher automatisch Eisenwerkzeug herstellen, was wir dann verkaufen können. Ja. Aber die Mine dauert ja noch ewig, oder? Mhm. Ja, wir haben nicht mal die Hälfte von Bauen. Wir müssen mehr bauen. Oh. Mhm. Und was brauchst du da jetzt schon wieder? Ist das ein großes Haus? Mhm. Alter, Schwede. Wo ist denn gerade unser Gebäude-Limit? Oh, 140. Oh, 140. Ah, aber wir können nicht mehr Arbeiter einstellen, oder was? Ähm. Doch, wieso? Weil da nur Arbeiter 4 von 4 stand. Ach so, ja, weil wir 4 Leute im Dorf haben, die alle Arbeit haben. Mhm. Was ist eigentlich mit, äh, Bulemira und Theo bald los? Wieso? Die haben eine Stimmung von 4 und 6. Ach so, hast du dir mal den abgeranzten Schuppen angeguckt, in dem die wohnen? In meinem? Nee, dem anderen, der da noch steht. Vielleicht sollten wir die mal umziehen lassen? Wäre eine Idee, ja. Äh, die kannst du hier ins Haus reinschieben, in das, äh, einfache. Okay. Oh, da lebst du drinnen. Jetzt nicht mehr. Okay. Einfach beide reinklatschen? Mhm. Der Kreis ist übrigens ein bisschen groß geworden. Ja, ist ja egal. Dann kommen da in die Mitte ein paar Marktstände oder so. Ja. Das habe ich mir auch schon überlegt. Das wäre eine coole Idee. Okay. 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 Ich willen Sie mal eine Lebensstrecke an. Okay, marz. Ich wille. Mal sehen Sie mal. Okay. Okay. Wir gehen. Okay, okay. Baby, ganz schön. Vielen Dank. Danke aus Friesland Gamer für den Follow. Willkommen im Rudel und schön, dass du dabei bist. Hallo. Du bist Friesland Gamer für mich auch. Ja. Unser Dorf wird einfach richtig cool aussehen, wenn wir das fertig dekoriert haben. Ich hoffe es doch. Doch, ich habe schon voll die guten Vorstellungen, wie man was machen kann. Das wird richtig toll. Okay, super. Ich nehme ich gar nicht. Weiß ich. Äh. Was denn? Das ist doch keine Lüge, oder? Äh, ne. Hey. Hm, herr. Hahaha. Alter, ist das Abholzen-Laut. Mhm. Äh, nicht Abholzen, sondern... Äh, Steine fahren. Japp. Oh. Okay, es wird auch nicht leiser. Das hatte ich letztes Mal auch schon, dass das sehr, sehr laut war und ich es absolut nicht leiser gestellt bekommen habe. Schweinerei. Ach, das wird so cool. Ja, das sieht auch richtig gut aus. Das wird so viele Materialien fressen. Oh, ja. Naja, wenn die Leute erstmal vernünftig produzieren, dann geht das auch so. Mhm. Mhm. Okay. Oh. Ist Salz eigentlich ein Lebensmittel? Ähm, geh mal im Inventar auf das Salz drauf, mach die Maus da drüber und dann steht unten, ob das ins Material oder ins Nahrungsmittellager gehört. Aber ich glaube, das gehört ins Materiallager. Im Materiallager, genau. Äh, und Zuschauer, ich hab den auf Linux im Docker installiert. Ich glaube, allein wenn wir die ganzen Häuser gebaut haben und die Zäune, haben wir unser, äh, Baulevel schon um einiges erhöht. Nice. Äh, Kupfer und Zinn können wir ja so herstellen, ohne dass wir, ja, können wir. Genau. Also wird automatisch von Amp gemacht. Der Docker mit Wine. Mein Charakter hat schon wieder Hunger. Alter, was machst du denn? Arbeiten. Im Gegensatz zu dir. Tschüss. Ey, ich war grad in der Mine. In der Mine. In der Mine. In der Mine. Da geh ich jetzt auch wieder rein. Viel Spaß. Danke. Gestern. Ha! Mach. Oh, oh, oh. So. Noch einen Zaun und dann haben wir die Zäune alle schon mal fertig geblueprintet. Ja, sauber. Ich glaube, dann können wir den Holzfäller auch ein ganzes Jahr lang einfach nur Stöcke sammeln lassen. Und dann haben wir vielleicht genug, um das alles zu bauen. Willst du da direkt Steinhäuser draus bauen? Ja, auf jeden Fall. Okay. Sonst sind die Bewohner unzufrieden. Das wollen wir doch nicht. Ey, da ist es. Moment, wir haben ja noch Häuser. Naja, die Blueprints kannst du ja erst mal setzen. Ich habe mir dann auch überlegt, dass man links und rechts von dem Eingang, von dem Vorgarten, immer so ein bisschen Licht oder so platzieren könnte. Ich glaube, das dürfte geil sein. Also, wenn wir dann hinterher die Laterne haben, dass wir links und rechts immer Laternen davon hin machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. So. Ah ja, er hat mal die Frage, der hat eh noch. Okay, ja. Naja, aber ich habe echt gute Erfahrungen mit, äh, Wine. Also, Wine allgemein, aber, ähm, mit den Docker-Containern im Amp gemacht. Bon Appetit. Mhm. Willst du diese Häuser hier noch upgraden, oder? Ja, abreißen. Also, das hier in der Mitte. Ähm, das würde ich upgraden. Okay. Weil, äh, ein größeres kriegen wir da nicht hin platziert. Okay, doki. Okay. Da, das hier im Ampakt. Okay. 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 Okay, man. Okay. 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 I'm gonna, okay. Okay. Oh Gott. Was? Das hat hier gerade alles nur rot geleuchtet. Well, well, well. Du hattest es schon umgestellt, da hatte ich mich gerade gewundert. Das Dach habe ich auch gerade noch schnell gemacht. Ja. Das war's. Ja. Es ist Zeit für die Beverage. Es ist Zeit für die Beverage. Nur noch zwei Häuser und ich habe deins vergessen. Egal, du kriegst keinen Vorgarten. Meins kann eigentlich abgerissen werden, oder? Ja. Dann musst du dir nur eins der anderen Häuser nehmen. Äh, jo. Dann würde ich mir das kleine hier nehmen, oder? Mhm. Ja, macht Sinn. Ach ja. Ist ja gut, ich gehe ja schon trinken. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Oh wow Willkommen mit dem Blueprint Rally Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja So Dann gehen wir mal wieder Holzhacken, wa? Oh Gemuttert sein Mhm Um Hast du den gerade in die Stratosphäre geschossen? Nein Nein Schau mal Oh Nice Hm 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 Oh 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 Wir machen Synchronfallen Oh Gott Ich glaube nicht, dass man die den Vorgarten zu klein gebaut hat, der reicht mir da völlig aus Was? Wie zu klein? Verstehe ich jetzt nicht Ich auch nicht Ich meine, alles, was man halt besitzt, muss man dann auch irgendwie pflegen, ne? Ja Ja Er will einen Galgen da reinbauen Hm, das wäre mal eine sinnvolle Spielergänzung Wow Woah Ich ff Ich ff Was So, hier hinten liegt noch ein Holzstamm rum. Und dann können wir auch gleich wieder schlafen gehen. Ein Baum, den ich gefällt und übersehen habe. Nö. Ah, ich sehe die Bäume da hinten nur purzeln. Also, ich bin zum Glück Spätaufsteher, also das kriegen wir dann wahrscheinlich nicht hin. Also ist das gleich der erste Tag, in dem ich gehängt werde. Und der ich dann meiner Aufgabe nicht nachkomme. Was? Ja. Äh, damit du weißt, was dir blüht. Wenn du nicht morgens den Hahn wächst, damit er pünktlich krähen kann. Anspielung auf den Geil. Hm. Ich würde mir Gedanken machen. Geht ja mal gar nicht. Hat ja auch keine Beine. Ja. Alternativ zum Bäume fällen könntest du auch, ähm, in die Mine gehen und da Erz und so abbauen, weil du da jeweils auch immer noch Steine mit rausbekommst. Ja. Und wir sehr, 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 sehr viele Steine brauchen werden. Ich weiß. Ähm, ich habe meinen Mic eigentlich nicht runtergedreht. Das könnte aber das Discord-Ding sein. Warte, lass uns nachgucken. Also. Oh ja. Wieso ist denn das Mic so leise? Ach, Discord-Kacke. Test, 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 test. Oh wow, es fehlt genau ein Stein. Test, 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 also ich habe keine Ahnung was da los ist, aber ich denke mal das liegt an, äh, Discord. Test, 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 test. Also, das ist echt bescheuert. Vor allem, das wird begrenzt. Das wird begrenzt. Warum wird denn der Kacke jetzt begrenzt? Bin ich bei dir irgendwie lauter geworden oder leiser, oder? Ich habe absolut keine Ahnung. Also bei mir im Stream bin ich bedeutend leiser als sonst. Test. Und er begrenzt das. Wieso begrenzt der das denn? Hey. So. Ja, der begrenzt das. Das noch und die Seite. Und jetzt noch mal noch das Dach einstellen. So. Nee, der ist eine Begrenzung drin. Test. Test. Moment. Hä? Ja, dann ist da wohl eine Begrenzung drin. Und ich weiß nicht, woher die kommt. Ich weiß nicht, woher die Begrenzung drin ist. So. Ist da immer noch ein Limiter drin? Ja, es ist ein Limiter drin. Was soll denn das? So. Zweite Haus fertig eingestellt. Test. Immer noch. So. Oh, wird jetzt... Ich muss mal testen. So. Wieso begrenzt der denn? Und was begrenzt? Ich hab... Keine Ahnung, warum das Mikrofon begrenzt wird. Ich hab sogar... Voice-Meter muss sich hochdrehen. Oh, war Sie das fertig. Ein exercises. Ich hab nur die Aufmerksamkeit. Ich hab die Aufmerksamkeit. Wirklichkeit. 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 Untertitelung. BR 2018 Wie sieht es aus? Der begrenzt das immer noch. Test? Test? Das ist doch kacke. Ey. Was soll denn das? Ja. Ähm. Ich habe keine Ahnung. Wollen wir den mal hochdrehen? Wird auch nicht besser, oder? Ne. Der Limited hier. Ich habe keine Ahnung. So. Dann gehen wir mal in den Discord-Call rein. Tja. Kupfer-Exte her. Hallo. Damit der Holzfäller erstmal Ruhe gibt. Und erstmal eine ganze Weile lang nichts mehr braucht. Okay. Oh, das sieht voll schön aus. Du hörst mich auch wieder, ne? Hallo? Nein. Was soll denn die... Kacke? Mh... Mh... So. Hallo? Hörst du mich wie... Ja. Ja. Endlich. Ja. Ähm... Irgendwas limitet mein Audio-Input. Oder Output. Genau. Okay. Und ich weiß nicht, was. Hm. Willkommen zurück. Lila? Okay. Und ich muss schon wieder was essen. Yay. Ich schau mal eben, was bei meinem Hund los ist. Okay. Ah, und Zuschauer, wir müssen dann mal gucken... Wie das morgen mit der Lautstärke ist. Weil anscheinend wird straight up in... Äh... OBS gelimitet. Aber wir könnten aber noch mal eben was anderes ausprobieren. Weil... Ich keine Ahnung habe, warum der Limited. Ich habe alles hochgedreht und der will nicht noch mehr machen. Und auch wenn ich den Output hochdrehe aus... Ähm... Wie heißt es gleich noch? Aus... Äh... Discord selbst. Macht er dieselbe Kacke. Oh, 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 oh. Du, du, du. Ja? Wir haben fast den Holzschuppen Stufe 2 freigeschaltet. Dann können wir einen neuen Menschen rekrutieren, der dann da drin arbeitet. Zusätzlich noch. Du, nice. Ich stelle dem gerade mal... Oh, der hat noch Kupfer Exeter. Ja, ich habe dem gerade welche gemacht. Oh, ich auch. Naja, egal. Ist nicht schlimm. Okidoki. Ich habe auch den Verdacht, dass Windhoff mir hier reinspuckt. Stimmt, stehen irgendwelche Updates an oder so. Hm. Ich mache mal eben Licht an. Jo. Ähm... Hat der Holzfäller denn bisher schon Dinge getan? Vielleicht... Test. Oh. Sehr gut. Oh Gott. Du darfst mich auch Lea nennen? Ja, nee. Ich habe den falschen Output, ähm, gerade hochgedreht. Und der... Äh... Wie heißt der gleich noch? Die Leute müssten gerade einen Herzanfall bekommen haben. Oh, cool. Okay. Ja, das habe ich eigentlich auch aktiv, dass Windows keine Treiber geben darf. Aber die Soundoptionen werden auch von, äh, was anderem übermittelt. Über Voice Meter. Und das habe ich komplett hochgedreht. Ach, du benutzt das auch? Ja. Ja. Der ballert hier mit 8,4 dB raus und 12 dB ist überlagert. So. Aber... Der will überhaupt nicht. Hm. 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 Ja, komisch. Vielleicht braucht er mal einen Neustart. Ja, der... Wir haben den Tinnitus reingefetzt. Ein Traum. Es ist alles richtig eingestellt. Jetzt muss nur noch gebaut werden. Hey, Holzschirm. Wup, wup. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wird das viel. Das Problem ist, das war gar nicht so intelligent, was ich jetzt getan habe, weil jetzt müssen wir den Holzschuppen auf jeden Fall sofort fertigstellen. Oh. Weil jetzt arbeitet der nicht mehr. Du könntest auch eine Schüssel unter deine Ohren halten, damit das Blut aufgefangen wird. Kannst du das wieder trinken, dann brauchst du nicht extra in eine Badewanne steigen. Was für schmutzige Rituale wollt ihr denn hier durchführen? Wir reden immer noch über die Ohren, die du weggefetzt hast. Ich? Ja. Ich hab gar nichts weggefetzt. Frechheit, dass mir sowas unterstellt wird. Ja. Du hast ja gesagt, ich soll in die Mine gehen, ne? Mhm. Die Mine ist leer. Wie bitte? Da sind doch überall noch Erzadern. Waren. Ja gut, dann kannst du jetzt die ganzen Steine zum Bauen verwenden. Ja, das sind nicht so viele. Wie jetzt? Jo. Möchtest du dann einen Ausflug in eine Stadt unternehmen und uns noch einen Holzfäller oder eine Holzfällerin besorgen? Kann ich machen. Das ist gut. Nur nicht nach Pias Torvia, da ist nämlich keiner mehr. Können wir jetzt nach Klonika gehen. Okay. Das kriegen wir hin. Soba. Haben wir denn noch Sachen zum Verkaufen? Ähm, du könntest dir das Leder nehmen, in die Näherei gehen, den Trinkschlauch freischalten und dann Trinkschläuche herstellen und die verkaufen. Ich glaube, so viel Geld habe ich nicht mehr. Äh, der Trinkschlauch sollte eigentlich nur 50 Silber kosten. Okay. Glaub ich. Ja, gucken wir mal. Ich habe dir das, äh, hier hast du es gleich noch, ähm, den Stein in die Sachen reingemacht. Äh, in die Truhe. So. Äh, können wir die Tongefäße und so weiter... Oh, ne, die sind ja überhaupt nichts wert. Ne, ne, deswegen, ähm, guck mal in der Näherei, ob du die Trinkschläuche freischalten kannst. Mhm. So, unser Holzfäller ist wieder arbeitsfähig. Oh, die brauchen wir gar nicht, ja, die sind schon. Oh. So, Zuschauer sagt, schick den nicht los, äh, der stellt doch immer nach... Doch immer nach... Was? Der stellt immer nach Aussehen ein. Nach Aussehen. Okay. Hey, Produktion. Oh, aber vorher was essen. Oh. Soll ich ein bisschen Fleisch verkaufen? Ja. Das kannst du auch mitnehmen. Was meinst du, reichen 100... Wie viel haben wir da noch hier drin, ne? Also wir haben 150 in der Truhe. Und ich hab noch... Mhm. Bis hier... Ich nehm 50. 51 mit. So. 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 Ah, wer kann denn jetzt schon wieder nicht arbeiten? Ah, ich muss Otto neu zuweisen. Oh, ah, ja. So. Der kann wieder arbeiten und jetzt haben sich auch alle Probleme erledigt. Ein Traum. Sehr schön. Ja. Wie viele Häuser haben wir denn mittlerweile fertig? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Minus zwei, weil wir da drin wohnen. Ah, okay. Ja, ich reiß mal deine alte Hütte ab, ja? Ja, guck da vorher aber noch in die Truhe rein. Ja, ja, sonst kann ich es eh nicht abreißen. Ah, okay. Meine Güte, die meckern die ganze Zeit rum, dass sie hier keine Bank stehen haben. Tja, kostet 500 Gold. So, Platz im Inventar habe ich. Jetzt kann ich da hinten das Haus noch eben wegreißen und dann kriege ich auch wieder ein paar Stöcker raus, die wir wieder in die Vorgärtenzäune packen können. Jo. Nein. 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 Ich habe auch immer übrigens gekauft, damit er ein bisschen länger hält. Hm. Kommt das eigentlich drauf an, wo man die Sachen verkauft, oder ist das egal? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe sie immer einfach irgendwo verkauft. Warte mal, das will ich einmal testen. Wie kann man denn einen Trinkschlauch ausrüsten? Ich glaube, den kannst du nicht ausrüsten, oder? Ja, doch, kann man. Aber nur einen einzelnen. Ich wollte gucken, ob das Sinn macht, den befüllt zu verkaufen. Aber habe ich keine Lust zu. Ja, die hättest du auch am Brunnen auffüllen können. Ah, oh. Aber ich weiß zum Beispiel, dass es bei den Eimern so ist, dass sie befüllt weniger wert sind. Okay. Wenn du willst, kann ich das Rezept für eine Holzbank kaufen. Ich glaube, es gibt für den Anfang erstmal Wichtigeres. So, was haben wir denn noch? Beziehungsweise, was schalten wir denn als nächstes frei? Ähm, beim Bauen schalten wir als nächstes die Mine frei. Aber davon haben wir erst die Hälfte. Also wir haben 2603 und wir brauchen 5000. Ja. Ähm. Überlebens, ja. Hier, wie heißt das gleich noch? Das, äh, Gewinnungssymbol für Holz war der, die Spitzhacke, ne? Ja, genau. Das erste Symbol in der Reihe. Okay. Ähm. Bei der Überlebenstechnik fehlen uns noch 420 ungefähr. Dann schalten wir die Jagdhütte Stufe 2 frei. Mhm. Bei der Landwirtschaft fehlen uns ein bisschen mehr als 100. Dann schalten wir den Eselstall frei. Und bei Produktion fehlen uns 55. Dann schalten wir die Werkstattstufe 2 frei. Okay. Das passt ja. Ja. Ich möchte mal ganz gerne gucken, wenn ich unser Dorf von oben betrachte, wie das aktuell ausschaut. Soll ich hier noch irgendwas... Oh, das ist voll cool! Ja, das ist auf jeden Fall im Nebel, sieht das sogar richtig nice aus. Ja. Ähm. Wo bist du gerade? In der... Ach, noch in der Stadt. Ja. Ähm. Guck mal bitte, ob du noch... Ähm. Kohlsamen mitbringen kannst. Ob da jemand Kohlsamen verkauft. Ja, ich glaube diejenige, die... Und Dünger. Die das verkauft, äh, liegt gerade im Bett. Ja, okay, gut. Dann, äh... Müssen wir erst schlafen gehen. Du kannst ja außerhalb der Stadt ein Lagerfeuer hin platzieren und da dran schlafen. Echt? Mhm. Okay. Muss nur weit genug außerhalb der Stadt sein. Oh, dafür brauche ich erst mal Stöcker. Yep. Äh, 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 äh. Fast fertig. Ja, ja, mach ganz entspannend. Wieso ist denn das gesperrt? Bist du vielleicht zu nah in der Stadt dran? Nee, ich bin 273 Meter weg. Dieses Gebiet ist gesperrt. Wow, okay. Noch weiter weg. Ja, ich seh's grad. Ich bin natürlich auch voll in die falsche Richtung gelaufen, ne? Oh, wow. Das ist schon gleich Tagesanbruch. Oh, wird spüren. Sag mal, was entdeckst du da gerade alles? Ja, ne? Das ist ja wild. Solltest du dafür jetzt so ein Bützum haben, oder? Nee. Okay. Oh, Dax. Mir wurde gesagt, Daxe sind die gefährlichsten Kreaturen hier im Spiel. Was? Hm? Von wem? Eine aus den Kommentaren. Ah. Mhm. Mhm. Also, wir brauchen Kohl und Scheiße. Kohl-Samen bitte, aber ja. Okay. 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 Frag mich, wie man, ähm, Aufträge vom König machen kann. Oh, das war nur so eine Kräuterhexe. Verdammt. Ähm, die kriegst du bei jemandem mit einem Spitzhacken-Symbol. Ich weiß gar nicht, ob's die da gibt. Nee. Warte, ich schau schnell nach. Nee. Ähm. Nee. 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 Die gibst du im Piestovia. Na, sauber. Hm. Ja. Also, Zuschauer, im echten Leben würde ich auch ungern einem Dax begegnen. Wer hat da schon wieder ein Auftragsproblem? Was? Mhm. Wahrscheinlich die beim Brunnen, weil sie keinen Eimer hat. Oh. Äh, ja. Nein, Jagdhütte. Weil kein Material. Da fehlt Fleisch anscheinend. Oh, ja. Ich hab ja alles Fleisch gebraten. Ja, ist nicht schlimm. Verdammt. Verdammt. Oh, okay. Okay. Oh, Banditen. Oh, wie putzig. Glaub ich. Wow, wir haben ganze zwei Steine bis jetzt bekommen. Keine Banditen. Elric. Oh. Okay. Er scheint ein wenig verrückt zu sein. Aber Loot gibt es trotzdem. Okay. So, jetzt gucken wir das Dörflein nochmal bei Tageslicht an. Oh, wowie. Das sieht wirklich voll hübsch aus. Ja. Und wir haben noch gar keine Deko eingebracht. Oh, das wird so eskalieren. Ich hoffe nicht, du hast vor, in den nächsten zwei, drei Monaten irgendwas anderes, dienstags und donnerstags zu streamen als das hier. Äh, Once Human. Das muss verschoben werden auf später. Ja, da kommen ja eh wahrscheinlich 400, äh, wie heißt das gleich noch? Patches. Ja. Also, das passt schon. Und so. Also, mittlerweile kann man von, fast von der Brücke durch den Wald zu uns gucken. Oh, wow. Ja. Also, anscheinend kostet aber nur der einmalige Kauf so viel. Welcher einmalige Kauf von was? Äh, von den Plattformen, die du dir gerade angeguckt hast. Ja, ja. Hä, wie der einmalige Kauf? Ich muss alle Plattformen kaufen. Ey, du musst nur eine kaufen. Ah, okay, gut. Das würde den Preis erklären, weil 2000 finde ich schon echt viel. Genau. Aber da wird jede freigeschaltet. Ja, okay. Bei wild. Dann könnten wir hier ein Steg hin machen und da dann eine Fischerhütte dran setzen. Das würde ganz gut hier zu passen, denke ich. Auf jeden. Ich habe Steinen mitgebracht und zwar einen. Oh, wow. Ja, ich verziehe mich dann mal in den Wald und sammel Steine. Ja, ich habe mal die tausend Münzen in den, ähm, Dingelskirch, äh, in die Kiste, Materialkist, reingeschmissen. Mhm. Aber Trinkschläuche gehen gut, ne? Ja, auf jeden. Steine und Stücke. Steine und Stücke. Wir könnten auch noch eine zweite Grabungshütte bauen und noch einen zweiten Dingestens anheuern. Äh, können wir in die Grabungshütte nicht sowieso noch einen zweiten Typen reinpacken? Ja, können wir so oder so. Ja, dann darfst du nochmal in die Stadt laufen und noch einen mit Gewinnung 3 mitbringen. Ich wollte gerade sagen, macht das nicht Sinn, äh, dann hole ich gleich Dünger und... Dünger als Königin. Ja. Oh, stimmt. In Piestovia haben sich ja jetzt auch die NPCs, die sich ans Lagerfeuer setzen, zurückgesetzt, weil eine neue Jahreszeit angefangen hatte. Ja. Also, Piestovia. Oh, ich, two, drei, zwei, drei. Wenn ich so nebeneinander herlaufen bin, bin ich fast schon traurig, dass ich dem Elchenpfeil in den Popo geschossen habe. Was machst du auf sowas? Ich dachte, wir brauchen Leder, damit wir mehr Säckchen herstellen können. Ja, das natürlich auch. Ich trage zu viel. Soll sich mal nicht so anstellen. Ich hab doch gar nicht so viele Stöcke und Steine mitgebracht. Genau, was für ein Unheult. Soll ich das nicht so anstellen. Soll ich das nicht so anstellen. Soll ich das nicht so anstellen. Wie viele Samen brauchen wir denn? Äh, Felder. Äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6x6, 36. Und dann auch 36 Dungen, ne? Jo. Äh, Dünger, bitte. Ach so. Ich dachte, du wolltest deine... Ne, ne. Was? 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 Hast du nochmal abgeprüft, ob 6x6 36 ist? Ne, ähm, Jackie hat 5x6 verstanden. Und da das heute nicht das erste Mal wäre, dass ich mich verrechne, bei so Mini-Aufgaben. Okay. Habt ihr lieber nochmal nachgefragt. Hier ist eine Aufgabe am Anschlagbrett. Stimmt, die sind auch respawned. Die könnten wir auch machen, da gibt's nämlich auch teilweise gut Geld. 28 Steinpfeile. Ja. 6 Diesten, 6 Gänseblümchen. Und 24 Salz. 24 Salz haben wir, das kannst du auf jeden Fall annehmen. Ist das dann die Quest für uns beide oder nur für mich? Für uns beide. Bei Steinpfeile können wir auch herstellen. Und Diesten und Gänseblümchen wachsen bei uns im Dorf. Ja, Gänseblümchen sammle ich gerade schon die ganze Zeit mit auf. Und der Typ hier hat... ...hat eine Aufgabe für uns. Eine Story-Aufgabe? Äh, das ist, äh... Oder müssen wir Steuern bezahlen? Nee, noch nicht. Ja, äh, so ein Briefumschlag mit einem Siegel unten dran. Ach so. Nee, das ist nur das ganze Jahr über da. Da kannst du aber noch nichts machen. Ah, okay. Wo kann man denn Steinpfeile herstellen? Wahrscheinlich in der Schmiede. Ja, sieht so ganz danach aus. Ja, ich trinke ja schon was. Meine Güte, meine Meckert schon wieder rum. Äh, hier gibt's keinen mit Gewinnung 3. Gibt's einen mit Gewinnung 2? Ja. Äh, einen Typen? Ja. Perfekt, mitnehmen. Hallo. Oh, äh. Oh, der Grabungsschuppen hat nix mehr. Das wollte ich nicht hören. Ohne. Ohne. ääh? Waaah. Bis zum nächsten Mal. Auf der Map sieht das aber auch echt wild aus. Ja, ne? So, direkt erstmal zwei Punkte in Überlebenskünstler investiert, dass ich nicht ständig Durst und Hunger kriege. Oh, das sieht so cool aus. Ja, jetzt fehlt da echt nur noch Deko. Besonders in dem mittleren Bereich. Ja. Boah, ich könnte mir auch richtig gut vorstellen, dass wir hier hinterher die Schenke hinbauen. Ja, oder das. Dass die dann kreisrund von den Häusern... Genau, dass man die vielleicht ans Wasser packt und dann vor die Schenke noch wie so einen Biergarten, wo man noch Bänke und Tische platziert. Mhm. Und dann gibt es, ähm, wo war das denn? Oder kann man die Traverne ins Wasser bauen und dann mit dem Steg ran? Ne, ich glaube nicht, dass das geht. Ähm, aber wo war das denn? Hab ich das denn noch gesehen? Oh ja, wir können auch einen Abtritt bauen. Ein was? Einen Abtritt. Ah, scheiß Haus. Ja. Ähm. Ähm, wo war das denn jetzt? Irgendwo hatte ich es doch gesehen. Neues Level in Überleben. Bitte, Hüt. Danke. Hä? Irgendwo hatte ich Torbögen gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Ach, Spaliere. Ja. Ja. So einen Bogen Spalier können wir dann auch noch machen. Voll. Oh, das wird voll cool werden. Ja. So. So. Wow, wir müssen Pfeile freischalten. Ich hatte sowas schon befürchtet. Aber ist günstig. 50. Ja, okay, gut. Das geht ja dann. Ja. 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 So. Tage. Ach 24 Salz So, hallo Moin Oh ja, das haut ordentlich rein gerade mit dem zweiten Holzfäller Ja, ne? Ja, wir haben jetzt 60 Holzstämme und wie viele Holzbretter habe ich da jetzt rausgeholt? Äh, 42 Bretter Nice Viel interessanter wird das mit dem Stein Hm Und dem Kalkstein Oh ja Wie sieht's denn aktuell mit der Zufriedenheit aus? Ja gut, den du gerade erst rekrutiert hast, der braucht natürlich jetzt noch ein bisschen Ja Wie kriegt man das denn noch weiter hoch? Mit Deko? Äh, mit Deko und wenn wir die Häuser von innen aufwerten, also bessere Betten, besseres Kochzeugs Ah, okay Genau Und dann wahrscheinlich auch noch eine Traverne bauen und, und, oh, oh Ja, was denn? Wolf Gib ihnen einen Stups auf die Nase, dann sagt der Wolf gar nichts mehr Ja, ich bin nur zu langsam Ist das traurig Ja Er läuft weg, gut Ja Und dann Also Ein So langsam fängt es dann doch tatsächlich mal auszusehen an, auszusehen wie eine kleine Stadt oder ein kleines Dorf. Kann man eigentlich noch andere Wege bauen, wie zum Beispiel sowas wie Kopfsteinpflaster? Nö, noch nicht. Vielleicht fügen die das irgendwann noch hinzu. Ich frage mich aber auch, wie lange die noch an diesem Spiel entwickeln wollen. Ich meine, für 2024 haben sie ja jetzt noch Änderungen angesagt oder Neuerungen und für 2025 war auf der Roadmap zumindest schon mal ein Fragezeichen. Das sieht ja schon mal so aus, als würden sie zumindest noch was machen wollen. Ja. Deswegen, ich bin echt gespannt. Oh, wo gebe ich denn die ganzen Sachen ab? Bei den Leuten. Ah. How do you do? See you around. How do you do? Nice, nice. So long. How do you do? Have a nice day. Damit ist die Anschlagstofel Alete. Sehr gut. Hast wahrscheinlich ein bisschen Geld noch bekommen, oder? Ja, anders geht. Vielleicht 200? Am Anfang geben ja noch nicht so viel. Ja. Ja, ich habe bei dem anderen Spielstand, kriege ich mittlerweile Quests, die 1000 Gold geben. Dafür muss ich dann aber auch, musste ich auch, ich glaube, ähm, was war das denn? Sieben Kupfer und drei Bronze Hacken herstellen oder so. Ah, okay. Aber das geht halt auch, weil die Materialien hatte ich zu dem Zeitpunkt halt alle schon. Ja. So, hier sind alle Bretter drin. Ja. So, hier sind alle Bretter drin. Willst du noch jemanden für die Feldarbeit einstellen? Nee, erstmal noch nicht. Ähm, weil wir da erstmal selber dran arbeiten sollten, damit wir die ganzen neuen Technologien freischalten. Weil ich weiß nicht, ob das bei den NPCs dazu zählt, wenn die das machen. Macht Sinn. Und, äh, ja, bei der, ähm, wir brauchen halt 10.000, damit wir alles freigeschaltet haben. Oh Gott. Und wir sind gerade bei 146, bei den ganzen Sachen, die wir jetzt schon gemacht haben. Oh Gott. Ja, ich glaube aber, dann wird NPCs dazu zählen. Na, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, weil dann, äh, müsste über Lebenstechnik, nee, gar nicht wahr, müsste bei der Produktionstechnik das ja auch dazu zählen. Obwohl, da haben wir gerade gar keinen, der irgendwas macht, ne? Nee, genau. Also, eigentlich nur bei Gewinnung. Ja gut, aber Gewinnung ist ja, äh, nicht bei den Technologien hinten mit drin, oder? Doch, nee, das ist Bautechnik. Nee, dann, äh, dann kann das tatsächlich sein, dass die dazu zählen. Das weiß ich gerade gar nicht. NPC-Produktion zählt dazu. Zu 100%. Oh, mega gut, ähm. Soll ich die dann doch holen mit drei? Jupp. Und, hi, Kredusch. Hallo, Kredusch. Und danke für den Tipp. Mhm. Moin, Lala. Willkommen zurück. Du bist ja gerade im Piastovia, oder? Kurz davor, ich würde jetzt ein Lagerfeuer bauen. Ja, okay, sonst könntest du auch da in Piastovia reingehen und, äh, in dem Krankenhaus schlafen, wo wir das letzte Mal drin waren. Wo wir aufgewacht sind ganz am Anfang. Da kannst du drin schlafen. Ich habe genügend Materialien direkt mitgenommen. Okay. Okay, jetzt gucke ich noch eben, ob wir noch ein paar Kalksteine haben, obwohl ich das, glaube ich, gerade eben erst gemacht habe. Warte mal, habe ich die Kalksteine nicht sogar im Inventor? Nein. Willst du gleich zwei haben, oder nur einen? Äh, zwei. Wir brauchen einen für den Feldschuppen, der die Felder bestellt. Und einen für die Scheune, die, ähm, das Geerntete hinterher weiterverarbeitet. Ah. Äh, danke Stromqueen für den Follow. Willkommen im Rudel und schön, dass du dabei bist. Hallo. Und guten Abend, ähm, schön, dass du da bist. Ich muss mal ganz kurz zwei Minuten Pause machen. Okay. Ah, das kommt immer so doof, dann genau zu den Zeitpunkten. Äh, ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder Control. Ich bin gleich wieder auf der Natur. Oh, wir haben keine Gebäude zur Verfügung. Okay. Oh. So krass ist das geworden. Was haben die denn heute angestellt? So krass ist das. So krass ist das. Vielen Dank. Ich glaube, ich muss nämlich gleich mal das Haus von mir selbst räumen. Damit die eine dann da einziehen kann. Ich kann mich nicht selbst entfernen. Danke für den Follow, Storm Queen. Und Hallo. Was fehlt denn hier noch? Okay. Bretter. So. Hey! I was using that. Okay. Okay. Okay, müssen wir ein bisschen Holz holen. Danke wünsche ich dir auch. Und danke fürs dabei sein und dann dir gleich eine gute Nacht. Schlaf gut. Und dann bis morgen in Old Freshness. Oh, Hilfe. Und schon wieder erschlagen worden. Okay. Okay. So. 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 So, bisschen Holz, damit wir das Haus da fertig machen können, damit ich da einziehen kann und damit ich dann anschließend die Tante da unterbringen kann. Obwohl, ne, ich nehme so ein kleines Haus, dann passt da was. So. So, da bin ich wieder. Hallo. Hallo. Ach, das war gar nicht so schlau, dass ich das Leder jetzt weggepackt habe. Das hätte ich direkt zu Trinkschläuchen verarbeiten können. Jo. Oh. Oh, äh. Danke, danke. Oh, ich glaube, Möckelchen fühlt sich verraten. Jackie ist ins Bett gegangen und hat die, ähm, Tür vom Wohnzimmer jetzt zugemacht. Und jetzt steht sie vor der Tür und will auch raus. Hahaha. Hm. Gibt's nicht, muss bei Frauchen bleiben, fertig aus. Absolut. So. Du hast ein Haus noch nicht zugewiesen. Ja, ja, weil ich das eben gerade fertiggestellt habe. Hm. Trinkschlauch, 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 Trinkschlauch. Ha. So, was fehlt denn jetzt? Ja. Brunnen hat kein Material und Grabschuppen hat kein Bergzeug. Und die Scheune hat keine Zuweisung. Ja, ähm, ja, Sekunde. Äh, richtig schöne Idee mit den Häusern im Halbkreis. Ja, das, äh, das war auch, äh, deine Idee, glaube ich, oder? Die kam, die kamen, die kamen von dir, die kamen nicht von mir. Ja. Äh, damit wir vielleicht in den Markt entweder die Traverne setzen oder, was ich auch cool finden würde, ähm, die Marktstände. Du, der Halbkreis ist so riesig, das passt da locker beides hin. Ja, oder so. Ja. Genau, das dann, äh, ans Wasser kommt dann die Taverne. Äh, oder beziehungsweise die Schenke. Und, äh, ein bisschen weiter bei den Häusern vorne kommen dann die Marktstände hin. Oh, das wird super cool werden. Schade nur, dass wir an den Marktständen selber nichts kaufen können, sondern nur verkaufen. Mh. Das wäre auch noch cool, wenn man so einen reisenden Händler hätte. Es gibt irgendwo, glaube ich, einen Händler, der rumsteht. Nee, ich meine, äh, dass man so gesehen, äh, wenn man den Markt gebaut hat, dann kann man da leere Stände, äh, zur Verfügung stellen. Und der kommt dann alle Nase lang mal vorbei und verkauft da seine Sachen. Ah ja. Ähm. Ich hab grad... Hattest du die Kohlsamen schon ausgesät? Nee. Mach mal die... Äh, und ja. Egal. Ähm. Kann es sein, dass du nicht genug Geld für Dünger hattest? Doch, warum? Weil da nur 18, 17 Dünger drin sind. Ähm, du weißt schon, dass wir... Oh, warte, ich weiß... Ja, ich weiß wieso, weil die direkt angefangen hat auszuteilen. Äh, jup. Ja, okay. Dann hab ich der... Dann hab ich der gerade, äh, alles zum Arbeiten geklaut. Hehe. Dann muss ich noch kurz, ähm... Verwaltung... Äh, richtig cool, die Idee klau ich mir ganz frech. Mach das, mach das. Auf jeden Fall. Ähm... So, cool. So. Äh, ich hab noch ne Hacke in die Werkzeugdinge ins Kirchen geschmissen. Ja. Das ist gut, ne Hacke braucht die nämlich noch. Und den Grabungsschuppen hab ich gerade auch noch mit, äh... Schaufeln ausgestattet. Ja. Äh, braucht der Grabungsschuppen übrigens, äh, Spitzhacken? Ja. Verdammt. Du bist schmutzig. Du auch. Ich weiß. Oh, mein Handy nervt. Ähm... Ähm... Oh Gott. Brain not braining. Error 404 not found. Ja. Bei mir dasselbe mittlerweile. So. Jetzt hat der Brunnen... Was hab ich mir denn da jetzt rausgenommen? Ach, die Bretter. Ja. Der Brunnen hat jetzt keine Materialien mehr. Ja, das ist nicht schlimm. Das sind nur die Wassereimer, ähm... Wenn nämlich alle Wassereimer voll und verteilt sind, dann hat die keine Materialien mehr. Das ändert sich, sobald einer einen Wassereimer leer getrunken hat. Ah. Okay. Joa, aber das ist... Ist das Haus hier jetzt fertig? Ja, das hab ich fertiggestellt, damit die Tante da einziehen kann. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass wir keine fertigen Häuser mehr hatten? Ja, doch. Und ich konnte mich selbst nicht aus der... aus dem Haus entfernen, weswegen... Joa. Oh. Hast du gesehen, wie... wie mein Haus heißt? Das steht da direkt. Zum Rumpelzwei? Nee, das ist jemand anders. Ah, zum Ständ... oh wow. Oh wow. Mich wundert gar nichts. Ja. Ähm... Was wir vielleicht machen können, wenn die fertig ist mit Aussehen... ... dass wir, äh... Braucht die denn bitte zum Aussehen? Oh, kann das sein, dass die kein, äh... ... kein Säckchen mehr hat? Das kann auch sein. Ja, da ist... Ne, Moment, da ist aber auch kein Dünger mehr drin. Warte. Ähm... Grabungsschuppen, Holz, Feldschuppen... Kein Werkzeug. Ja, da fehlt ein Säckchen. Ähm... Ich glaube, ich habe gerade jedliches Leder vercraftet. Nein, doch nicht. Wir haben noch zwei. Daraus kann ich noch zwei Säckchen machen. Und ich glaube, ich habe auch noch Säckchen in meinem Inventar. Ja, dann kann ich dir meine Säckchen geben. Das klingt so falsch. Sollte aufhören, die ganze Zeit Säckchen zu sagen. Ähm... Ja. Wieso macht Nvidia keine Screenshots mehr? Na, egal. Perfekt, jetzt fängt sie wieder an zu arbeiten. Ja, aber ich würde... Ne, tut sie nicht. Vielleicht, weil sie fertig ist? Die hat keinen Dünger mehr. Du hast sicher 36 Dünger mitgebracht? Ja. Mysteriös. Hier hat die angefangen auszusehen. Auf dem Feld hier. Ja, und guck dir das hier mal an. Ja, das habe ich ja auch gemacht. Ach so. Ach so, das ist auch ausgesehen. Oh, shoot. Ähm. Hm. Genau. Also hätten wir noch mal 36 holen müssen. Mhm. Ja, ich glaube, wir hätten sogar noch mehr holen müssen, weil wenn die anfängt, hier alles auszusehen, weil ich glaube nämlich, dass ich der das Feld hier zugewiesen habe. Ah. Ne, gar nicht wahr. Das hier habe ich ihr zugewiesen. Das war schon richtig. Okay. Ja, ich, ähm. Ja, aber ich würde mich jetzt verabschieden. Mhm. Ähm. Genau. Gott, diese Tür. So, die ganzen Beeren kommen in den Komposter. Die ganzen Äpfel kommen in den Komposter. Was? Ja. So, Freunde. Der aufgehenden Sonne oder der untergehenden Sonne. Ich würde jetzt Feierabend machen. Und. Wir reinen rüber zu Manni. Also wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen angenehmen Abend. Und dann sehen wir uns die Tage wieder bei Medieval Dynasty. Aber morgen spielen wir dann irgendwas anderes. Äh, das mit den Gänseblümchen hast du auch schon abgegeben, oder? Also wünsche ich euch alles Gute. Und dann bis morgen. Danke fürs Dabeisein. Und shurriö und auf Wiedersehen. Ciao. Oh. Oh, da kann ich. Ah, oh. Ja, hab ich.